Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist lange lange her, dass ich ein großes großes WordPress Tutorial gemacht habe und daher, dass ja mein täglich Brot ist, beziehungsweise auch vom Kanal ein bisschen, wollte ich nun ein riesiges XXL WordPress Tutorial, beziehungsweise Webseite erstellen Tutorial machen. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert, wie du eine Webseite erstellen kannst, was WordPress ist, wie schaut das Hosting dafür aus, was ist überhaupt Hosting und so weiter, vor allem, wenn du anfängst, dann solltest du definitiv dranbleiben und auch für diejenigen, die jetzt gerade das erste Mal am Kanal sind, ich habe seit sieben Jahren eine Webdesign-Agentur mit dem Namen hier oben Colmer Media, deswegen weiß ich auch, wie man das Ganze erstellt und ich gebe euch heute in diesem wirklich langen Tutorial, aber dafür ausführlichen Tutorial eine Step-by-Step-Anleitung mit, wie du eben deine erste Webseite erstellen kannst. Wie das Ganze funktioniert von Grund auf, ja, auch ein bisschen Theorie, auch wenn das Video nicht mögen, das gehen wir eben jetzt durch und wir sehen uns gleich wieder im PC, wo wir dann tatsächlich nach einer kleinen Theorieeinführung direkt in die Praxis übergehen. Ja, kommen wir nun zur Agenda dieses Videos. Was werden wir denn überhaupt machen, beziehungsweise was sind die ersten Steps, die wir tun müssen, weil wir wollen das Ganze ja sehr genau angehen, deswegen werde ich auch jeden Schritt wirklich erklären, damit sich da jeder zurechtfindet. Zuerst einmal gebe ich euch eine kurze Einführung in die technischen Details, ja, wie bauen wir das Ganze auf, wie schaut das überhaupt aus, wie kann das sein, dass eine Webseite online ist und auch, was wir für ein Tool dabei benutzen, WordPress, das ist wahrscheinlich eh auch vielen ein gängiger Begriff, aber ich gehe trotzdem noch darauf an, was das Ganze ist, was es für Vorteile hat und eben auch, dass man es ohne Programmieren schafft, beziehungsweise ohne Programmieren eine relativ schöne Webseite hinbekommt, die man dann auch zum Beispiel, ja, für ein paar tausend Euro verkaufen könnte. Das heißt, es ist sehr wertvoll. Dann gehen wir kurz auf die Domain, beziehungsweise auf das Hosting ein. Wofür benötigen wir das, wofür benötigt man das generell? Wir gehen auf die Installation und die Einrichtung ein, beziehungsweise wie ich das eben tagtäglich in der Agentur bei uns mache, beziehungsweise gemacht habe und wie das auch meine Leute machen und auch, wie wir dann die Webseite aufbauen und das Ganze Step-by-Step eben auch wirklich schön aufbauen, clean aufbauen und ich zeige euch da auch einige Tricks aus meiner siebenjährigen Erfahrung, was Webseitenaufbau betrifft. Bevor wir dazu kommen, was WordPress überhaupt ist, wollte ich euch auch noch mitgeben, dass ihr unten in der Beschreibung alle Links findet zu den Dingen, die ich vielleicht erwähne, beziehungsweise gleichzeitig auch noch eine Schnellnavigation findet. Das heißt, solltest du einige Steps schon kennen, spring einfach unten in die Beschreibung und spring dorthin in die richtige Sektion. Ich habe das alles wirklich schön ausgegliedert, weil das, wie gesagt, ein längeres Video ist und dann kannst du dir das in Ruhe anschauen. Ja, was ist denn überhaupt WordPress? WordPress ist jetzt nicht irgendetwas, was wirklich Wörter druckt oder so, im übertragenen Sinne vielleicht schon, aber was ist überhaupt WordPress? WordPress ist ein sogenanntes Content-Management-System, mit dem du eben die Webseite aufbauen kannst, beziehungsweise ohne Programmierkenntnisse. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel so ein Content-Management-System, wie ich schon sagte, Content-Management-System, das heißt, er managt sozusagen für dich die Inhalte, ist es eben einfacher und auch sehr leicht, sage ich mal, oder sich sehr schnell dort hineinzufuchsen, beziehungsweise auch einzulesen und eben selber auch die Inhalte zu ändern, wie Texte und Co. Bei uns in der Agentur zum Beispiel kurz als Randnote, lieben es einige Kunden, dass sie einfach selber kurz Texte oder so ändern können, deswegen ist auch WordPress in dem Fall so wertvoll. Es gibt viele andere CMS-Systeme, aber die werde ich nicht behandeln, weil ich alles tatsächlich fast nur ausschließlich mit WordPress mache. Du brauchst eben, wie gesagt, keine Programmierkenntnisse, du kannst dir das, wie ich es dir nachher im Video zeige, alles zusammen klicken. Wir werden auch eine Webseite machen, die sowohl responsive ist, als eben auch gleichzeitig für die Desktop-Version und auch Tablets, da schauen wir uns dann an, das ist heutzutage ganz wichtig, dass du eben über die mobilen Endgeräte auch nachdenkst, beziehungsweise eben die Seite auch responsive ist. Leider sehe ich noch zu viele Seiten, die noch immer responsive oder nicht responsive optimiert sind. WordPress ist, wie gesagt, kostenlos. Es gibt nur eine Unterscheidung, das ist jetzt auch ein bisschen verwirrend vielleicht als Anfänger, es gibt nämlich WordPress.com und es gibt WordPress.org. Das, was in diesem Video behandelt wird, ist einfach nur WordPress.org als alleinstehendes Tool oder als alleinstehendes CMS. Wichtig ist dabei eben zu wissen, WordPress.com verhält sich anders und sieht auch anders aus. Das heißt, wenn du eine Webseite aufbauen möchtest, auf WordPress.com würde ich dir ein anderes Video empfehlen, weil dieses her sich wirklich auf eine sogenannte selbstgehostete Webseite bezieht, wo du eben einen Hosting-Anbieter brauchst etc. und nicht nur bei WordPress.com, wo du alles in einem hast, aber gleichzeitig auch hier und da ein paar Einschnitte. Denn wir werden nachher noch erfahren, dass es eben sogenannte Themes und Plugins gibt. Themes ist sozusagen das Design deiner Webseite, das die Grundlage legt und Plugins erweitern deine Webseite durch Funktionalität beziehungsweise durch einzelne Funktionen. Was ist daran wichtig zu wissen? Das eben WordPress.com vielleicht irgendwann nicht alles zulässt an Plugins, sprich Erweiterungen, die du installieren kannst oder auch Themes. Deswegen, wie gesagt, da Vorsicht. Wir suchen uns heute einen Hosting-Anbieter aus, wo wir dann WordPress drauf installieren, was sich eben bei WordPress und ORG betrifft, also was sich eben auf WordPress.org bezieht, weil du dort eben die Software runterladen kannst beziehungsweise eben das Content-Management-System, das wir dann installieren. Das kurz zur Unterscheidung. Wer nutzt denn eigentlich a la WordPress, weil viele eben nicht wissen, was das vielleicht ist oder wenn du es weißt, dann gibt es eben so Firmen wie Sony, Disney, Star Wars, Bloomberg, TechCrunch, eines der größten Magazine im Tech-Bereich, Playstation, MTV News, teilweise auch als Blog, weil WordPress in Grundform damals als Blog-System ins Leben gerufen wurde. Man kann aber damit mittlerweile alles machen, weil es einfach auch so groß ist, dass mittlerweile fast jede vierte Website, also wir liegen glaube ich bei 25% oder sogar mehr, Tendenz steigend, ist mit WordPress gemacht. Einfach auch deswegen, weil es einfach vieles anbietet, gerade dann, wenn es um einfach schöne Webseiten geht. Was benötigen wir jetzt für den Start? Für den Start benötigen wir eine Domain. Da kommt noch gleich eine Erklärung von mir dazu. Die kostet eben zwischen 10 bis 30 Euro oder mehr pro Jahr. Das heißt, du mietest diese Domain für ein Jahr immer und das zahlst du im Normalfall eben bei dem Hosting-Anbieter, worauf wir dann noch eingehen. Gleichzeitig brauchst du das Hosting, ja, deine Webseite muss irgendwo auffindbar sein und darauf gehe ich dann auch nochmal ein, wie das funktioniert. Und dafür brauchst du ein sogenanntes Hosting beziehungsweise ein Website-Hosting oder ein Web-Hosting. Das kostet von bis, das ist sehr variabel, von 40 bis 100. Es gibt aber noch welche, ich zahle zum Beispiel 60 Euro im Monat, weil ich eben wieder extra Wünsche habe. Aber im Normalfall kriegst du das irgendwo von 2 Euro irgendwas im Monat bis hin zu 10 Euro, 20 Euro und 100 Euro im Monat. Ja, das kommt sehr darauf an, welchen Server du hast, aber darauf möchte ich nicht eingehen, sondern dass du nur weißt, das kostet es circa im Grunde genommen, wenn du so klassisch etwas nimmst. Also ich sage, wenn du für die Webseite grob im Jahr zwischen 50 und 100 Euro irgendwo in der Mitte rechnest, dann ist man da schon gut dabei mit einem normalen Vertrag und die Webseite ist schon online. Dann müssen wir WordPress installieren. WordPress ist wie gesagt kostenlos und die Installation findet auch immer beim Hosting-Anbieter statt. Das heißt, die haben meist eine Ein-Klick-Installation. Du musst nichts manuell machen, sondern du wählst das dann aus. Das werden wir jetzt wie gesagt dann noch bei Easy Name machen, meinem Hoster und schauen uns das dann eben auch genau an. Dann gibt es eben noch die Themes oder ein Theme. Das eben gibt dir die Grundlage deines Designs bei einer Webseite. Das gibt es eben kostenlos als auch kostenpflichtig. In diesem Video schauen wir uns eben eines an kostenlos, das wir benutzen werden. Davon gibt es aber auch eine Kostenpflichtversion, die noch ein paar mehr Funktionen hat. Aber zum Starten reicht es mal, dass man die kostenlosen nimmt. Die Plugins ebenso, die eben Funktionen dazu bauen bzw. Funktionen erweitern. Zum Beispiel, du möchtest ein Kontaktformular haben, dann kannst du etwas installieren, mit dem du dann ein Kontaktformular in die Seite einbinden kannst. Das ist kurze Erklärung und das ist eben auch wichtig. Das sind so die Grundthemen, was wir benötigen. Gehen wir aber dann wie gesagt im Dashboard direkt dann noch medias in res rein, sozusagen, wo wir dann uns die einzelnen Steps anschauen. Jetzt möchte ich dir noch ganz kurz erklären bei der Domäne, wie das funktioniert und auch wie das dann mit den E-Mails ist, weil das ist auch noch immer ein Thema, nämlich folgende Sache. Hier habe ich jetzt mal meine persönliche Domäne genommen, www.nicolaus-kolber.com, wo ihr gerne auch vorbeischauen könnt. Da haben wir jetzt mal in erster Form auf der linken Seite hier die Subdomain oder auch Third Level Domain genannt. Das ist das www. Das haben manche, manche aber auch nicht. Manchmal siehst du es auch in der Form von shop.nicolaus-kolber.com oder blog.nicolaus-kolber.com. Das ist im Endeffekt dann eine Subdomain und dort ist auch nochmal zusätzlich eine Instanz von WordPress installiert. Nicht beim www, das ist einfach nur ein Kürzel davor, aber grundsätzlich auf einer Subdomain könntest du nochmal eine WordPress-Installation machen, sodass du im Endeffekt, wenn du viele, viele Leute auf deinen Webseiten hast, zum Beispiel das Ganze ein bisschen auf die Shop-Subdomain schickst und manche auf der Hauptdomain lässt. Das machen vor allem große Firmen sehr gerne, wenn eben Millionen von Leuten zugreifen und sie das ein bisschen aufteilen möchten, damit da auch technisch nichts passiert. Dann hat man die Second-Level-Domain, die ihr euch im Normalfall auswählt. Das heißt, da kannst du dir persönlich aussuchen, wie ich zum Beispiel meinen Namen oder deinen Firmennamen, deinen Blog-Namen oder sonst irgendetwas. Und dann hast du die Top-Level-Domain. Die Top-Level-Domain, auch genannt TLD, wird sie oft abgekürzt beziehungsweise gezeigt, ist in dem Fall dann sozusagen das, was am Schluss kommt. Da gibt es mittlerweile hunderte, die üblichsten sind eben .com, in Österreich, at, in Deutschland, de, eu-weit zum Beispiel .eu und dann gibt es noch so Sachen wie .gmbh, .blog, .ich weiß nicht irgendetwas. Wenn dein Name zur Verfügung steht, würde ich dir eben empfehlen, .com zu nehmen. Da bist du am sichersten. Wenn du eine deutsche Firma hast oder bist oder eine Person bist in Deutschland, dann nimm ruhig.de. Wenn du in Österreich bist, nimmst du in der Tat. Das heißt, ansonsten kannst du dir auch alle drei buchen und die dann nur umleiten. Das zur Erklärung, wie eine Domain so funktioniert. Kommen wir zu der Hostingerklärung. Wir brauchen ja auch noch, jetzt zuletzt, das ist auch der letzte Theorie-Teil, brauchen wir auch ein Domain-Hosting. Das heißt, wie funktioniert das? Wir haben eben irgendwo die Webseiten, also die Webseite besteht aus einer Datenbank, wo Daten drinnen reingeschrieben werden und auch Dateien. Die kannst du dir vorstellen, wie einfach ein Ordner, der im Hintergrund läuft beziehungsweise der im Hintergrund liegt und der muss eben auch rund um die Uhr verfügbar sein auf diesem Server, damit übers Internet dann auch die Leute auf diese Files zugreifen können. Das heißt, wenn es jemand eben deine Domain eingibt, stellt der Web-Server deine Daten zur Verfügung und damit kriegt auch der Webseitenbesucher deine Webseite ausgeworfen. Ja, also ihr kennt das vielleicht, dass ihr so riesige Serverräume vor euch habt oder so, wenn von Google oder Co. gesprochen wird. Das ist tatsächlich so und wie gesagt, die Hosting-Firmen haben eben auch riesige Rechenzentren, wo dann eure Dateien sicher drauf liegen, die ihr dann eben zur Verfügung stellen könnt. Das hat einfach den Sinn, dass 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Webseite zur Verfügung ist, weil das ist wichtig, dafür ist eine Webseite da und eben da gibt es dann noch die Unterschiede bei den Servern. Da gibt es ein bisschen schnellere Server, langsame Server und so weiter, aber im Grunde genommen am Anfang zum Starten nicht relevant. Wir gehen jetzt direkt in die Praxis und holen uns mal eine Domain und dann zeige ich dir, wie das Ganze funktioniert. Mein Hosting-Anbieter ist zum Beispiel EasyName.at. Wie gesagt, das könnt ihr auch aus Deutschland dann ganz normal benutzen, aber ihr könnt auch einfach zum Beispiel WordPress Hosting eingeben und dann kommen andere Möglichkeiten. Da könnt ihr zum Beispiel nehmen SiteGround oder was könnte man noch nehmen? Genau, SiteGround ist noch eine gute Adresse oder auch dann einfach direkt 1&1 IONUS heißt das Ganze. Das wird auch oft benutzt oder auch World4U kennen auch einige und die haben auch den Sitz in Österreich, aber grundsätzlich völlig egal. Zusätzlich gibt es auch noch zum Beispiel Webgo. Genau, Anbieter gibt es wie gesagt viele. Ich zeige euch das jetzt einfach an Hand, weil das einfach immer ähnlich funktioniert. Die schauen alle nur ein bisschen anders aus, aber die haben alle einen Support, wo ihr euch auch anrufen könnt. Ich möchte jetzt zum Beispiel eben eine Webseite nehmen, wie zum Beispiel kolberwebseite.com. Dann suche ich nach dieser Domain, ob diese vorhanden ist. Ich nehme mal stark an, dass diese vorhanden ist. Genau, da steht, diese Webseite ist frei. Hier unten werden wir eben wie gesagt noch die anderen Domains vorgeschlagen, die es noch gibt. Eben wie wir es vorher besprochen haben, Top-Level-Domains mit anderen Änderungen, nämlich den TLD-Änderungen. Das heißt, da könntet ihr dann AT und so weiter nehmen. Dort sagt ihr dann einfach Domain registrieren. Ihr erstellt euch dann einen Account, zahlt eben die 14 Euro, was die Domain kostet und auch Web-Hosting braucht ihr. In dem Fall kostet das jetzt für eine Webseite zum Beispiel 3,79 Euro im Monat. Das heißt, das kostet eben irgendwo um die 50 Euro im Jahr plus die Domain um 15 Euro. Also seid ihr um die 70 Euro, wie gesagt, in der Mitte zwischen 50 und 100 Euro und könnt das dann nutzen. Es ist auch ein kostenloses SSL-Zertifikat dabei. Ganz wichtiges Thema. Das heißt, dass ihr auch hier eine sichere Verbindung habt. Ja, das könnt ihr dann auch aktivieren. Das schauen wir uns dann noch an. Und ich zeige euch dann auch, wie das Ganze eben funktioniert. Wenn wir jetzt eingeloggt sind, habt ihr hier die Domains, das Web-Hosting und so weiter. Was wir jetzt benötigen, ist, wir müssen zu den Easy-Install-Apps gehen und hier WordPress hinzufügen. Wenn ihr hier mal runterklicken, dort sollte dann eure Domain schon vorhanden sein. Dort sind jetzt lauter Domains von mir. Ansonsten, ich erstelle mir jetzt eine neue Sub-Domain mit einer Domain, ich nenne das Ganze jetzt Website-Tutorial. Ihr könnt, wie gesagt, eure Webseite wahrscheinlich hier schon mit www auswählen wählen und dann da unten könnt ihr einfach auf jetzt installieren klicken oder das Ganze so lassen. Wie gesagt, ihr könnt auch noch ein Passwort vergeben und Administrator-E-Mail eingeben und so weiter und so fort. Ich lasse das jetzt alles mal so. Gehe jetzt dann auf jetzt installieren und im Normalfall bekommt ihr jetzt dann eine E-Mail, auf die werden wir jetzt kurz warten. Und wenn ihr die E-Mail bekommen habt, dann gehen wir in den nächsten Schritt, nämlich wie wir uns bei WordPress einloggen und wie wir jetzt dann starten. Ich habe jetzt die E-Mail bekommen, dass WordPress erfolgreich installiert wurde. Ich möchte euch nochmal das kurz zeigen. Das heißt, ich habe hier einmal die E-Mail WordPress wurde erfolgreich installiert. Ihr könnt auch dann hier gleich draufklicken auf eure Webseite. Ihr seht da den Benutzer und den Admin und könnt euch dann auch mit dem einloggen. Das heißt, klickt da einfach drauf und dann öffnet sich auch schon der Login-Screen. Ich zeige euch aber das noch mal parallel. Weil vorher möchte ich euch noch kurz etwas zeigen. Nämlich folgendes. Wir haben jetzt hier unsere Daten stehen und die Daten sind sozusagen relevant dafür, damit ihr auch wisst, wie heißt überhaupt die Domain und so weiter und so fort. Es wurde eine Datenbank erstellt. Ihr könnt aber hier eben unter meine Apps, klickt ihr dort rein, dann klickt ihr einfach in die Webseite, oder in die WordPress-Installation, die ihr installiert habt und seht dann hier alle Infos dazu. Wir haben aber jetzt noch einen wichtigen Part, den schauen wir uns nämlich gleich an, weil wir installieren gleich ein SSL-Zertifikat, bevor wir irgendetwas aufbauen und dafür müssen wir folgendes tun. Wir müssen nämlich jetzt einfach hier in Domains rein. Dort sind jetzt alle meine Domains. Ich habe das Ganze ja zum Beispiel jetzt auf Colbo.at installiert. Dort gehe ich auf Verwalten rechts, gehe auf Web und dort sehe ich dann auch eben meine Subdomain und dort müsst ihr einfach nur bei eurem www, das ist jetzt natürlich unterschiedlich, ich habe jetzt das ein bisschen anders installiert, aber da wo das www ist, kurz da als Erklärung, hier zum Beispiel wird bei mir von Colbo.at ohne HTTP auf www geschickt. Also der schickt das dort herum und dort müsst ihr dann einfach hier nur HTTPS aktivieren, auf HTTPS weiterleiten und dann einfach auf Speichern gehen beziehungsweise hier auf Permanent Redirect. So, damit weiß der nämlich, dass er das mit dem Zertifikat aufrufen soll, damit ihr auch eine sichere Verbindung habt. Genau. Jetzt gehen wir auf unsere Webseite, so sollte das Ganze jetzt bei euch ausschauen. Kann eben von Hoster zu Hoster verschieden sein. Ihr könnt jetzt eben, wenn ihr auf der Webseite seid, slash wp-admin eingeben oder einfach wp-login, funktioniert beides, so wie es jetzt hier steht, slash wp-login, es ist beides völlig in Ordnung und dann tragt ihr hier eure Daten ein. Ihr habt einmal ja den Benutzer bekommen oder die E-Mail könnt ihr da eintragen und wir haben einmal ein Passwort bekommen. Das könnt ihr nachträglich ändern, darauf gehen wir jetzt gleich nochmal ein. Jetzt seht ihr auch hier schon, ist die Webseite sicher. Ich mache das Ganze übrigens im Chrome-Browser, deswegen schaut das so aus, wie es aussieht. Und da sehen wir auch, das Zertifikat wurde installiert. Aber wichtig, um das nochmal hier zu überprüfen, gehen wir auf allgemein. Dort sollte jetzt eure Webseiten drinnen stehen und dort setzen wir jetzt noch vor beiden HTTPS ein S ein. Wenn wir das machen, werden wir nochmal ausgeloggt, müssen uns jetzt leider nochmal einloggen und dann haben wir auch schon eine sichere Verbindung bzw. können wir jetzt, wenn wir hier oben auf Rechtsklick und Seite auf anschauen gehen bzw. einfach draufklicken, sehen wir auch hier oben schon, dass das eine sichere Verbindung ist. Genau, was machen wir als nächstes? Wir befinden uns jetzt eben im WordPress-Dashboard, nennen wir das. Das Dashboard ist folgendermaßen eingeteilt. Ihr habt hier linke Hand, habt ihr die ganzen Sektionen, die wir uns jetzt dann Step-by-Step anschauen werden. Hier oben steht euer Webseitentitel, deswegen könnt ihr auch hier zu eurer Webseite gehen. Wenn ihr dann da wieder draufklickt, kommt ihr wieder zum Dashboard zurück. Das hier zeigt Aktualisierungen an, Kommentare, darauf gehen wir auch noch ein. Hier könntet ihr direkt etwas neu erstellen und hier rechts oben habt ihr die Benutzermöglichkeit bzw. das Benutzerkonto. Da schauen wir uns dann auch noch mal gleich an, wenn wir dann bei den Benutzer angelangt sind, denn WordPress bietet auch eine wunderbare Benutzerverwaltung. Hier habt ihr jetzt im Dashboard, wenn ihr euch einloggt, habt ihr immer so eine Übersicht, die könnt ihr hier auch wegschieben bzw. könnt ihr das auch alles schließen. Das ist im Endeffekt nichts Spannendes derzeit. Das sind WordPress-Veranstaltungen in der Gegend, einen Schnellentwurf, den ihr machen könnt. Das sind die nächsten Schritte, wie man das Ganze verwaltet und auch ein kleiner Einstieg, aber mehr ist es dann auch nicht. Hier sehen wir es zum Beispiel bei den Aktualisierungen ist eben eine vorhanden. Das ist gut, dass wir das gleich wissen. Da können wir dann einfach hier Aktualisierungen prüfen, denn es kommen immer wieder Aktualisierungen von den verschiedensten Themes und Plugins und auch von WordPress selber. Das sind eben diese drei Ebenen und die sollte man auch machen und dann findet ihr diese hier. Zum Beispiel hier müssen wir jetzt Übersetzungen aktualisieren und dann ist das auch wieder aktuell. Gut, kommen wir jetzt nun zum ersten Punkt. Beiträge. Beiträge sind im Endeffekt, wie gesagt, weil WordPress als Blogsystem gut auffindbar ist, sind eben eine Möglichkeit, Beiträge zu schreiben oder die auch in anderer Form zu benutzen, in Form eines Blogges, in Form von News und so weiter und so fort. Das werden wir nachher auch dann noch erstellen, weil das Ganze könnt ihr kategorisieren, hier in Kategorien und ihr könnt es mit Schlagwörtern hinterlegen. Das schauen wir uns dann noch genauer an. Bevor wir jetzt aber da jetzt noch mehr hineingehen, nehmen wir jetzt mal die Grundeinstellungen vor, nämlich unter Einstellungen und Allgemein finden wir hier mal den Webseitentitel, den ich jetzt zum Beispiel hinterlege, Website Tutorial. xxl, weil ich das so nenne, Untertitel, da kannst du deine Webseite kurz erklären, ich lösche das Ganze kurz und lasse das gut sein. Wir gehen jetzt hier unten auf Änderungen speichern und sehen auch schon, dass jetzt hier oben unser Titel hinterlegt ist und wenn wir auf die Webseite drauf gehen, ist auch hier schon unser Titel. Jetzt schaut das alles aber noch sehr wild aus, darauf gehen wir aber gleich wieder ein. Klicken wir nochmal zurück ins Dashboard. In den Einstellungen würde ich auch grundsätzlich nochmal alles überprüfen, wie gesagt, schreiben kann man, da kann man drüber hinwegsehen, schreiben ist wie gesagt nichts Spannendes, unter Lesen, das ist eher was Spannendes, dort müssen wir uns dann unsere Startseite definieren, wenn ihr da keine Startseite definiert, dann nimmt WordPress immer den letzten Blog-Eintrag, beziehungsweise den letzten Beitrag. Und wenn wir das jetzt hier uns nochmal anschauen, die Webseite ist auch hier tatsächlich der erste Blog-Eintrag, der ist aber wie gesagt einfach nur ein Beispiel-Blog-Eintrag, den wir dann auch, oder Beitrag, den wir dann auch löschen werden. Ansonsten müssen wir dann hier unsere Homepage eben definieren, beziehungsweise auch die Beitragsseite, das werden wir aber alles noch im Zuge dessen machen. Wenn ihr auch im Aufbau der Webseite seid, würde ich euch empfehlen, das hier unten anzuklicken, nämlich Suchmaschinen davon abzuhalten, dass es indexiert wird. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach Nikolaus Kolber suchen würde, auf YouTube, kommt hier natürlich meine Webseite. Wenn ihr das aber derweil im Aufbau noch nicht haben wollt, dass das hier eben in den Einstellungen auftaucht, würde ich euch eben empfehlen, das hier zu aktivieren, weil dadurch wird Google derweil eure Webseite überspringen. Wenn ihr dann komplett fertig seid mit der Webseite und sagt, so jetzt bin ich bereit, dann nehmt ihr das Hakerl weg und dann wird auch irgendwann Google herausfinden, dass eure Webseite vorhanden ist. Unter Diskussion finden wir eigentlich nur die Möglichkeit, Kommentareinstellungen zu treffen. Wie gesagt, es gibt ein Kommentarsystem, das heißt, wenn wir uns hier jetzt nochmal unsere Webseite anschauen, könnte ich jetzt hier in dem ersten Beitrag zum Beispiel einen Kommentar hinterlegen. Das heißt, ich könnte schreiben Hallo. Das schauen wir uns dann aber auch nochmal an und dafür könnt ihr die Einstellungen hier treffen. Würde ich alles so lassen. Das Einzige, was ich immer ausschalte, gerade auch wegen der Datenschutz-Grundverordnung, ist Avatar anzeigen. Das ist einfach ein Gravatar, wie hier oben, wie ihr das seht. Das würde dann irgendwo halt auftauchen, wenn ihr euch bei Gravatar angemeldet habt mit eurer E-Mail-Adresse, nur fragt ihr das eben ab und deswegen ist es eine Schwierigkeit, wenn man kommentiert und dann Gravatar aktiviert ist und überhaupt, dann müsste man es in Datenschutzordnung geben. Ich schalte das, wie gesagt, am Anfang immer aus, könnt ihr aber dann auch jederzeit wieder aktivieren. In Medien ist nicht wirklich viel Spannendes, dort liegen einfach eure Medien drinnen und wichtig ist jetzt nur unter Permalinks, unter Permalinks kann man jetzt die verschiedenen Sachen einstellen. Ein Permalink ist sozusagen, ich gehe jetzt mal kurz auf meine Webseite und hier auf den Unterpunkt Podcast, dann ist das Slash Podcast. So wie ihr die Webseiten benennt, also die einzelnen Unterseiten da benennt, wie wir sie da machen werden, so wird das auch hier in Permalinks benannt. Schwierigkeit hierbei ist jetzt derzeit, dass wir eben zum Beispiel jetzt hier P1 haben oder auf der Startseite ist meist eben kein Permalink, aber wenn ich dann zum Beispiel hier auf die Sample Page klicke, ist zum Beispiel Page ID 2 und das ist für Suchmaschinenoptimierung, das ist noch ein größeres Thema, findet ihr auf meinem Kanal auch Videos, eben wichtig, dass das eben schöne URLs sind. Deswegen nehmen wir hier jetzt einmal Beispielbeitrag oder Beitragsname und speichern das gleich ab, weil das, was passiert jetzt ist, wir sind jetzt hier zum Beispiel auf der Sample Page, wenn wir uns daran erinnern, Page ID ist gleich 2, war das Ganze, wenn ich jetzt aktualisiere, sehen wir auf einmal Sample Page. Ja, das ist ganz wichtig und ist auch viel schöner, wenn wir eben dann die Seiten erstellen und wirklich auch eine schöne Webseite erstellen. Unter Datenschutz, dort könnt ihr eben einen Datenschutz erstellen beziehungsweise wurde dann auch schon erstellt und in dem Fall wurde jetzt eben Privacy Policy erstellt hier bei den Seiten und ist aber langweilig, weil das ist auf Englisch. Ihr könnt den Datenschutzgenerator von E-Recht24 oder Dr. Schwenke nutzen und das dann dort reingeben. Ich werde deswegen jetzt auch mal die Seite löschen beziehungsweise werden wir nachher löschen, wenn wir uns das anschauen. Ansonsten könnt ihr dann dort einfach nur eure Datenschutzseite hinterlegen. Ist jetzt nicht wirklich relevant, dass man es hier hinterlegt, aber wichtig ist, dass ihr einen Datenschutz habt. So, jetzt haben wir die Grundeinstellungen getroffen. Jetzt möchte ich aber noch auf die einzelnen Punkte eingehen, wo denn jetzt was passiert, wenn ich eine Webseite aufbaue. So, wir haben wie gesagt hier oben Inhaltstypen. Das sind einerseits Beiträge, andererseits Medien, sowas wie Bilder, PDFs und Co. Andererseits Seiten. Wie gesagt, Seiten sind Unterseiten, so wie Samplepage oder wie bei meiner persönlichen Seite, die jetzt schon fertig aufgebaut ist, zum Beispiel E-Learning, Podcast, Blog, das sind alles Unterseiten. Die können wir dort erstellen. Das heißt, ihr müsst wissen, was möchte ich haben, abseits der Homepage, Impressum und Datenschutz, was möchten wir noch machen. Aber wir bauen in dem Video mehrere typische Unterseiten, dass ihr die gleich im Griff habt. Dann kommen wir zu den, ich sage immer, härteren Einstellungen, nämlich Design, Plugins, Benutzer und Werkzeuge. Bei Werkzeugen müsst ihr nicht wirklich allzu viel machen. Werden wir uns auch in diesem Video jetzt nicht großartig anschauen, weil dort könnt ihr die Daten exportieren beziehungsweise importieren, wenn ihr in einen anderen Zustand geht. Und ihr könnt hier auch personenbezogene Daten löschen und exportieren. Ist aber für den Aufbau derzeit nicht relevant. Da müssen wir uns jetzt auf andere Dinge konzentrieren. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Fragen habt. Oder schreibt generell in die Kommentare, wenn euch da etwas nicht klar ist, dann beantworte ich euch das einfach so. Kommen wir zu den Benutzern. Benutzer, wie gesagt, das ist das, was wir vorerstellt haben. Dort klicke ich mal drauf. Ihr könnt neue Benutzer hinzufügen. Da braucht ihr einfach nur einen Benutzernamen, ein E-Mail, eine E-Mail, ein Vorname, Nachname, Passwort und dann gibt es verschiedene Benutzergruppen. Administrator ist das höchste. Dann geht es runter auf Redakteur, Autor, Mitarbeiter und Abonnent. Was hat das den Sinn? Ihr könntet zum Beispiel, wenn ihr eine Webseite habt, einen Blog habt, ihr habt eine Firma, möchtet mehrere Artikel schreiben lassen, dann könntet ihr eben einen Redakteur einstellen und der Redakteur könnte euch dann eben mit seinem Login das Ganze auch gleich einpflegen. Genauso gut wie Mitarbeiter oder Autor, die haben verschiedene Möglichkeiten, eben Dinge zu aktivieren. Da am besten einfach mal googeln, wer dann genau was kann, weil wir brauchen derzeit jetzt nur den Adminzugang, weil wir eben die Webseite mal aufbauen. Das heißt, das ist eher ein Zukunftsdenken beziehungsweise könnt ihr euch bei mir Videos anschauen, wie Benutzer genauer funktionieren. Schauen wir jetzt mal kurz noch auf unser Profil. Da könnt ihr nämlich jetzt verschiedene Einstellungen treffen. Ihr könnt nämlich von hell, blau verschiedene Farben hier nehmen. Ich habe immer das Standardmäßige. Ihr könnt hier noch einige Einstellungen treffen und auch hier einen Spitznamen vergeben, was ganz relevant ist, zum Beispiel nämlich ich schreibe jetzt Website Team hin und gebe hier das auch hin. Dann seht ihr einerseits, dass hier rechts oben das aufscheint und andererseits auch teilweise auf der Webseite verteilt, weiß man dann genau, um was es geht. Ihr könnt hier noch eine Webseite angeben, ein paar Dinge überall abmelden, wenn irgendwo jemand eingeloggt sein sollte, wenn ihr es hier gehen wollt, dass alle ausgeloggt sind. Ansonsten sind die, könntet ihr hier auch sagen, der benutzt es zum Beispiel Englisch, wenn ihr einen englischen Auto habt oder Deutsch, ansonsten passt das gut. Genau, wenn wir gleich bei der Sprache sind, da nochmal kurz, ihr könnt die WordPress-Sprache generell, wenn ihr unter Einstellungen und Allgemein geht, könntet ihr WordPress in die verschiedensten Sprachen einstellen, das heißt, wenn ihr auf Englisch lieber arbeiten wollt oder auf Deutsch, könnt ihr das da alles umstellen und dann einfach abspeichern und dann funktioniert das Ganze auch. So, kommen wir jetzt nochmal zu dem Herzen unserer Webseite. Wir haben das jetzt neu installiert, jetzt werden wahrscheinlich hier mehrere Themes vorhanden sein. Ich habe euch ja gesagt, Themes sind wie gesagt so Grund, ist eine Möglichkeit eben grundsätzlich ein Design einer Webseite festzulegen. Zum Beispiel, wenn wir sehen hier jetzt, ich gehe jetzt nochmal auf unsere Page, diese sieht jetzt so aus, würde ich jetzt nicht das 2020 Theme nehmen, so heißt dieses hier zum Beispiel, und würde das auf 2016 aktivieren, ja, dann würde ich nochmal auf meine Webseite gehen, hier aktualisieren und auf einmal sehe ich, dass es eben komplett anders aussieht. Wie gesagt, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Wir nehmen heute dann ein besonderer Theme. Ich gehe jetzt hier mal auf hinzufügen und ihr seht hier die hunderte, tausende Themes, die kostenlos sind sogar und es gibt da noch Marktplätze, die eben kostenpflichtig auch anbieten, eben so Premium Themes. Was wir heute installieren, ist Astra. Das ist derzeit einer meiner Lieblingsthemes und das werden wir jetzt einmal einfach hier rechts oben eingeben und dann auch hier installieren, damit wir das gleich haben. So, nun aktivieren wir das Theme und können jetzt, wenn ihr das wollt, die anderen einfach deinstallieren beziehungsweise hier löschen. Das heißt, dafür klickt man drauf auf das Theme und hier rechts unten findet ihr dann löschen, weil dann ist es immer schön aufgeräumt und dann haben wir nur mehr Astra installiert. Das heißt, jetzt sollte deine Webseite so aussehen, nur mit deinem Webseitentitel und so weiter und dann haben wir schon mal die gute Grundlage, um es zu starten. Hier sagt uns Astra noch, wusstest du schon, dass wir komplette Starter-Webseiten fertig haben. Das heißt, diese Starter-Webseite-Templates werden wir uns hier mal anschauen. die könnten wir eben nutzen. Schauen wir uns dann aber genauer an, wie man das eben importieren kann, denn wir kommen jetzt noch zur zweiten Sparte, die wir benötigen, beziehungsweise die zweite Sache, die wir benötigen, das sind nämlich Plugins. Weil, hier sind jetzt welche voreinstelliert, die kann ich gleich löschen, weil die benötigen wir nicht. Die Plugins eben, wie ich es euch schon erklärt habe, sind eben Erweiterungen aus deinem, sind Erweiterungen für deine Webseite, wie zum Beispiel ein Kontaktformular oder sonst irgendetwas und die muss man installieren. In unserem Fall benötigen wir jetzt zu Astra auch noch Elementor. Das geben wir hier rechts oben wieder ein, Elementor. Das ist ein sogenannter Page Builder, nennt sich das Ganze. Dieser Page Builder ist eben dafür da, dass wir Inhalte schön auf der Webseite platzieren können. Wir werden auch noch ein paar andere Dinge installieren, damit ihr gleich von Anfang an wirklich eine gute Webseite aufbaut. Ich gebe euch da mal die essentiellsten Plugins mit, dass ihr die auch gleich nutzen könnt. So, jetzt sind wir hier bei den ersten Schritten. Das können wir jetzt einmal einfach wegklicken, weil das erkläre ich euch ja. Die Astra-Meldung hier oben können wir auch wegklicken und nun können wir dann auch schon anfangen, die Webseite zu bauen. Grundsätzlich sehen wir, jetzt haben wir das Plugin eben aktiviert. Ihr findet das dann eben hier in Plugins wieder. Da könnte man es auch deaktivieren und löschen. Wenn irgendetwas nicht mehr benötigt, kann man das hier auch wieder deaktivieren. In dem Fall fragt er mich jetzt das auch noch. Ich möchte überspringen und deaktivieren und dann wäre es auch wieder deaktiviert. So funktioniert es auch mit den Themes. Das heißt, ihr könnt das jederzeit ändern. Wie gesagt, nur Vorsicht, die Themes haben dann eben dann alle auch Funktionen und so weiter, die für das Theme besonders sind. Und wenn ihr das dann deaktiviert, schaut die Webseite natürlich ganz anders aus. So, wir installieren jetzt nochmal Elementor beziehungsweise aktivieren das Ganze. Ihr seht jetzt auch hier, wir haben hier Elementor dazu bekommen und Templates. Darauf gehe ich dann nachher noch genauer ein. Da könnt ihr, wie gesagt, dann auch eben sogenannte Vorlagen nutzen und Pop-Ups machen und was auch immer. ist aber dann auch nur in der Pro-Version möglich. Wir schauen uns eben heute die kostenlosen Varianten an. Unter Design findet ihr jetzt noch eine interessante Sache, nämlich, das sind so die Grundeinstellungen, die wir treffen wollen, nämlich auf der einen Seite haben wir Themes, auf der anderen Seite haben wir den Customizer, Widgets, Menüs, Astra Optionen und Theme Editor. Was ihr in jeder Installation findet, sind auf jeden Fall die Themes, Customizer, Widgets, Menüs und Theme Editor. Das, was jetzt hier doch dazu kommt, sind die Astra Optionen. Das ist, weil wir das Astra Theme haben. Wenn wir jetzt auf Customizer gehen, dann öffnet sich der Customizer und wir haben jetzt die globalen Einstellungen. Globale Einstellungen sind dann solche Sachen, wie eben die Schriftfarbe und so weiter und so fort. Was aber viel wichtiger am Anfang mal ist, ist auch, dass wir jetzt in dem besonderen Fall hier den Header nehmen, Website Identität und hier auch unser Logo mal anpassen. Dafür habe ich mir jetzt auch ein Logo vorbereitet von mir. Jetzt öffnet sich auch die Mediathek sozusagen und die Mediathek, dort können wir sehen, wie ihr auch schon Bilder hochladen und dort schlagt uns auch vor eine Bildabmaße von 180x60. Es kommt jetzt darauf an, ob ihr das habt, aber wir können dann einfach das Logo nehmen und einmal hochladen oder euer Logo hochladen und dann hier unten gehen wir auf Auswählen und sagen hier auch Zuschneiden überspringen. Jetzt ist das relativ groß hier zum Beispiel, jetzt können wir das aber gut zum Glück mit Astra klein machen, so dass das auch gut ausschaut. Was wir als nächstes noch machen, ist, dass wir den Webseitentitel hier unten wegnehmen, damit der da oben auch nicht drinnen ist und grundsätzlich seht ihr auch hier überall solche Stifte, die ihr auswählen könnt und diese Stifte zeigen dann nur den Menüpunkt hier links, den wir dann einstellen. Das ist aber jetzt nicht so schwierig. Webseiten-Icon, das wir dann noch hinterlegen, ist hier oben das Icon im Endeffekt. Das heißt, wenn wir hier jetzt zum Beispiel ein Bild haben oder ihr könnt ein Bild auswählen, können wir das Bild hier nehmen. Ich würde jetzt das zum Beispiel da rechts nehmen und dann sehen wir auch schon hier oben, wurde das hinterlegt. Ja, da könnt ihr ein Icon nutzen oder sonst irgendetwas. Das ist der Hinterleg. Damit haben wir jetzt schon mal unser Logo hinterlegt und jetzt schauen wir uns noch Schritt für Schritt die Einstellungen an, die wir jetzt nochmal global für die Webseite treffen und dann fangen wir auch an, die ganzen kleinen Steps eben aufzubauen beziehungsweise auch das Ganze aufzubauen. Damit wir aber die Änderungen, die wir hier auch treffen, veröffentlichen können, müssen wir hier oben auch wirklich auf Veröffentlichen klicken und dann sind die nämlich da erst aktiv. Bis dorthin sind die dann hier nicht aktiv. Und jetzt sehen wir auch schon, ist unser Logo hinterlegt. Das war jetzt der erste Schritt und jetzt gehen wir in den globalen Sektor und schauen uns das jetzt nochmal genauer an. So, jetzt gehen wir mal kurz auf die globalen Einstellungen ein. Die globalen Einstellungen, da finden wir zuerst einmal die Typografie. Im Normalfall eben die Basistypografie. Diese ist eben, könnt ihr da auswählen aus vielen, vielen Google-Fonds oder sonst irgendetwas. Ich habe zum Beispiel sehr gern Lato. Das ist eine sehr cleane und schöne Schrift. Wenn ich das jetzt auswähle, seht ihr auch, lädt das neu und ihr seht gleich überall die neue Schrift. Zusätzlich könnt ihr die Schriftgröße auswählen. Das heißt, ich könnte die jetzt auf 18 machen, dass es einfach größer ist. Aber 16 ist ein ganz guter Wert. Zusätzlich dazu könnt ihr die Schriftdicke auswählen. Ja, zum Beispiel, dass ihr 300 nehmt, wenn es ein bisschen dünner sein soll. Und ihr könnt den Text auch transformieren und natürlich die Zeilenhöhe zum Beispiel anpassen. Dann ist das alles ein bisschen gestreckter. Oder das auch einfach hier mal resetten. Zusätzlich dazu habt ihr auch hier direkt im Customizer hier links unten eine Möglichkeit, euch die Tablet-Version anzuschauen und auch gleichzeitig die mobile Version. Das heißt, ihr könnt auch gleich mal checken, ob das Mobil ganz in Ordnung aussehen würde. In dem Fall schaut das jetzt alles sehr in Ordnung aus. Und ich kann dann wieder auf die Desktop-Variante klicken. So, wenn wir unsere Basisschrift haben, brauchen wir auch eine Überschrift. Entweder könnt ihr hier eben auch wieder eine Schrift auswählen. Ich nehme jetzt in dem Fall jetzt zum Beispiel auch Lato. Oder was ich euch da auch empfehlen kann, ist die Webseite Fondpair heißt die. Da sind eben Schriftenpärchen drinnen, die ganz gut miteinander funktionieren. Die findet ihr eben auch alle dann im Backend von der Webseite und könntet die dann nutzen. Ja, da sage ich auch wieder Lato. Da unterscheiden wir jetzt eben entweder vererbt. Das heißt, wenn ihr hier oben die Schriftfamilie Lato eingibt, wird das runtervererbt. Wie das bei einer Webseite im Normalfall funktioniert, ihr habt eben H1-Überschriften, H2, H3, H4, H5, H6. Die definieren halt die verschiedenen Überschriftenarten. Das kann man eben von oben nach unten machen. Zum Beispiel die Hauptüberschrift wird H1 sein und dann Unterüberschriften H2 und halt so wie ihr einen Artikel auch kategorisieren würdet, sind die eben da. Ich lasse das jetzt alles eingestellt, weil das ist glaube ich selbsterklärend und wir gehen weiter zu den Farben. Hier kann man zurückklicken, dann gehen wir auf die Farben, gehen auf die Standardfarben und wir sehen jetzt zum Beispiel hier schon eine Standardfarbe hinterlegt. Das heißt, das ist zum Beispiel, wenn ich das markiere oder sonstige Dinge, sind halt gewisse Themefarben hinterlegt. Da könnt ihr eure eigene Themefarbe definieren, zum Beispiel grün oder sonst irgendetwas. Dann habt ihr auch noch Linkfarben. Das hier zum Beispiel ist ein Link, deswegen, wenn ich da jetzt grün auswähle, würde das hier auch alles grün werden, weil das eben ein Link ist. Das heißt, hinterlegt hier eure Farbe. Auch die Textfarbe könnt ihr einstellen und Linkfarbe Hover. Das ist, wenn ich drüber gehe. Ihr seht, das wird jetzt eben schwarz und die könnte ich jetzt aber auch einstellen, zum Beispiel in Rot, wenn ihr das möchtet und dann wäre das in Rot. Ich leere das jetzt einmal beziehungsweise mache es eben wieder schwarz und dann passt das auch. Auch die Überschriften, die sind jetzt in dem Fall zum Beispiel, wir gehen jetzt hier mal auf die Samplepage, sehen wir sind jetzt hier zum Beispiel auch schwarz, aber die könnte man zum Beispiel auch rot machen, aber ich bleibe jetzt auch hier bei schwarz, weil das einfach besser ist. Die Hintergrundfarbe könnt ihr die auch definieren, das heißt, ihr könnt halt sagen, was ist die Hintergrundfarbe. Wir sehen, wir hatten jetzt hier leichtes Grau hinten drinnen, deswegen sieht das jetzt so komisch aus. Ich wähle jetzt hier weiß, damit wir einen schönen, cleanen Hintergrund haben oder ihr könntet auch ein Hintergrundbild wählen, was ich grundsätzlich nicht so empfehle, ist heutzutage nicht mehr so notwendig, aber man könnte das eben auch nehmen, da müsst ihr nur die Hintergrundfarbe leeren und dann hättet ihr das Hintergrundbild, wenn ihr das möchtet. Ich entferne das jetzt wieder und stelle mir wieder die Hintergrundfarbe weiß ein. Die Farbcodes hier habt ihr eigentlich eher einen Farbpicker und ja, wichtig ist nur, dass wir dann die Farbe vielleicht kennen, das können wir aber dann nachher noch hervorrufen. Gehen wir auf die weiteren Einstellungen, Container, ja, nämlich, das ist, wie breit soll dieser Container von links nach rechts sein. Ich bin hier auf einem relativ großen Bildschirm, könnte aber das hier größer machen, auf 1500 und ihr seht, es wird dann auch etwas größer. Ich würde das Resetten auf 1200 lassen und das Layout würde ich auch auf volle Breite und Inhalt begrenzt machen. Box-Layout ist, wie gesagt, dass das alles eben in einer Box drinnen ist, ja, also sprich hier jetzt auch, dass ihr nicht von links nach rechts sozusagen Inhalte habt. Was ich eben machen würde, ist, ich würde volle Breite gehen und Inhalt begrenzt machen, nämlich dadurch ist die Webseite grundsätzlich auf die volle Breite, aber der Inhalt eben mit euren Menü, beziehungsweise auch hier links, dann mit dem Logo begrenzt. Das Layout von Seiten-Layout und Blog-Beitrag und Archiv lassen wir mal so, weil das würde zu sehr ins Detail gehen, das würde das Ganze dann sprengen und die Buttons, das ist nur interessant, wenn ihr zum Beispiel irgendwo, wir gehen jetzt mal auf die Sample-Page, irgendwo einen Button hättet, den wir jetzt noch nicht haben, könnten wir den Button-Text anpassen, aber das will ich dann machen im Aufbau der Seite, weil dann können wir das auch machen. Damit haben wir den globalen Sektor abgeschlossen, den Header, hier haben wir eben schon die Webseiten-Identität hinterlegt, der Header-Bereich ist für diejenigen, die das nicht wissen, hier oben, da wo das Logo hinterlegt ist und das Menü. Der primäre Header ist eben das hier oben, das könnten wir jetzt auch eben anders formatieren, dass wir zum Beispiel das Logo in der Mitte haben, das Logo rechts und das Menü links oder wir lassen es eben klassisch und ihr könnt auch sagen, es geht auf die volle Breite wieder, dass eben das auf die volle Breite des Bildschirms geht, das heißt, das passt sich auch immer an, wenn wir das kleiner machen oder eben wir lassen es einfach so klassisch stehen, das heißt, in dem Fall würde ich das jetzt auch so stehen lassen und auch hier einfach auf Inhaltsbreite gehen. Auch mobil, eben könnten wir das, dafür müssen wir aber kurz jetzt noch auf mobil schalten, könnten wir eben auch sagen, soll das Logo oben sein und unten das Menü, dass das sich hier aufklappt oder lassen wir auch links das Logo und rechts das Menü, ich finde das eigentlich jetzt auf jeden Fall schöner. Gehen wir zum primären Menü, das haben wir jetzt noch nicht wirklich, wir haben eben wie gesagt hier ein Menü rein theoretisch, dazu brauchen wir aber Unterseiten, die wir dann noch in das Menü hinzufügen, das heißt, das werden wir auch später einstellen. Genau. Transparente Header, ihr könntet das aktivieren und dann hätten wir oben einen transparenten Header, das eben sich ein Bild dahinter legt, machen wir jetzt aber nicht, das wäre eine Sondersektion, die ich dann noch erklären würde und darauf gehen wir dann ein. Gehen wir auf die Brightcrumbs ein, Brightcrumbs sind eben sozusagen nicht Brotgrümel im tatsächlichen Sinne, sondern ihr könntet eben die aktivieren und würdet dann hier immer sehen, wo ihr seid. In dem Fall sind wir jetzt auf der Startseite, wenn wir jetzt auf die Samplepage gehen, würden wir sehen, das ist von der Startseite und dann wieder auf die Samplepage. Das kennt ihr von sehr vielen Webseiten, das hat folgenden Grund, einfach, dass ihr die Möglichkeit habt, eben hierarchisch wieder zurückzugehen von Seiten und könntet das eben auch sagen, das soll nach dem Header sein, hier unten oder vor dem Titel, so wie hier. Das hat dann den Grund, wenn ihr zum Beispiel sehr, sehr viele Unterseiten habt oder sehr viele Blogbeiträge, dass man sich eben leichter zurechtfindet als Besucher. In dem Fall jetzt hier könnt ihr auch das Trennzeichen definieren, ich mag es zum Beispiel so mehr, dass man das dann so sieht oder eben vielleicht auch einfach ein Pfeil generell nimmt, dann kennt man sich da aus und ihr könnt es dann für einzelne Unterseiten auch deaktivieren. Das würde ich aber nicht empfehlen derzeit, weil das eben die verschiedensten Kategorien sind. Ich würde es derzeit ganz ausschalten und wenn ihr dann irgendwann Interesse habt, das später aktivieren. Der Blog genauso, wir haben jetzt noch keinen Blog, deswegen müssen wir das jetzt aufbauen, damit wir uns das anschauen und die Seitenleiste können wir uns noch anschauen, die Seitenleiste, so wie hier ist jetzt rechts. Grundsätzlich würde ich auf Standardseiten keine Seitenleiste empfehlen, ich empfehle immer nur Seitenleisten bei einem Blog oder bei einem Blogbeitrag. Das heißt, standardmäßig soll die ruhig rechts sein, bei Seiten soll eben keine Seitenleiste vorhanden sein, so wie jetzt hier. Wenn ich aber auf zum Beispiel die Startseite gehe und hier auf den Beitrag nochmal draufklicke, soll sehr wohl diese rechte Seitenleiste sein. Das ist nämlich ganz interessant für die Suchfunktion und die einzelnen Kategorien, die wir haben. Das heißt, bei Blog lasse ich es auch standardmäßig Seitenleiste rechts und ich in Archiven, das sind im Endeffekt nur, das ist jetzt ein bisschen komplexer, ihr habt zum Beispiel das Archiv von 2020, Jänner 2020, das heißt, hier würde alles reinkommen, was von 2020 ist im Jänner an Blogbeiträgen und dann habt ihr hier Archive noch, die sich da gesammelt haben und dort würde ich auch einfach die Seitenleiste rechts lassen, die definieren wir uns dann nachher nämlich noch. Jetzt gehen wir noch auf den Footer ein, bevor wir dann direkt unsere Seiten erstellen. Footer Widgets sind ein Widget-Bereich hier unten, wenn wir den aktivieren, dass ihr dass wir das auch mal verstehen, Widgets sind sozusagen auch kleine Funktionen, die wir eben hier in die Seitenleiste oder auch hier in diesem Footer-Bereich einfügen können. Das ist nicht wie ein Plugin, man kann teilweise Plugins installieren, die dann wiederum ein Widget werden, aber oftmals haben wir auch von Haus aus installierte Widgets, die wir dort einfügen können. Das schauen wir uns an, deswegen aktiviere ich das jetzt. Ihr könnt auch hier die Rahmenbreite oben noch etwas mehr machen oder zum Beispiel nur ganz wenig, dass da noch ein Abstand ist zum Beispiel und auch diesen Rahmen hier auswählen, damit da noch eine Trennung stattfindet zwischen dem Footer Widget-Bereich und wir befinden uns hier unten im Footer-Bereich. Im Normalfall ist eben oben immer der Header-Bereich beziehungsweise der Header, dann der Content- beziehungsweise Body-Bereich und dann haben wir unten den Footer-Bereich, hier im Speziellen noch einen Footer-Widget-Bereich. So, das mache ich jetzt mal wieder weg, weil das gefällt mir nicht, das ist eh schon eine schöne Trennung hier unten. Die Rahmenfarbe mache ich jetzt einfach weiß, dann ist da unten ein schöner Rahmen oder wir sagen, es soll überhaupt 0 sein, genau. Da könnte man den Hintergrund auch noch jetzt ändern, bevor wir da jetzt gehen. Ihr könntet hier den Footer-Bereich eben auch da noch ändern. Das lassen wir aber gut sein und lassen es so, wie es ist, weil das schaut gut aus und den Inhalt, da könntet ihr die Titelfarbe hier oben eben ändern auch wieder und auch unten die Schrift wählen hier, das heißt den Inhalt und auch hier den Text, zum Beispiel weiß machen komplett, ist jetzt eigentlich eh oder auch Linkfarbe dann in einer anderen Farbe machen. Das ist zum Beispiel jetzt ein Link, deswegen schaut das eben so aus. Das lassen wir jetzt mal noch klassisch, ich leere das jetzt noch alles mal durch, weil das eh jetzt derzeit eigentlich wunderbar passt. Wichtig ist jetzt noch, dass wir das Copyright hier unten anpassen. Das heißt, die Fußzeile hier könnt ihr auch wieder in verschiedener Formen treffen, das heißt, ihr könnt eben sagen, ich habe dieses Layout links oder ich habe es mittig und dann habt ihr einen Abschnitt hier und einen zweiten Abschnitt auch noch. Das wäre zum Beispiel das Futtermenü. Hier unten müssten wir das Menü festlegen. Das aktiviere ich jetzt auch, damit wir dann nämlich hier unten unser Impressum und Datenschutz einbauen können. Das heißt, wir aktivieren das jetzt einmal und sagen hier Futtermenü. Das zeige ich euch dann gleich, wie das funktioniert. Und beim Copyright würde ich jetzt noch euch empfehlen, dass wir eben reinschreiben, Website Tutorial, zum Beispiel halt den Namen eurer Webseite beziehungsweise eurer Firma. Genau, da kann man wieder die gleichen Einstellungen treffen, ist Ident eben zum Vorderen. Wir können das uns jetzt auch noch mal im mobilen Bereich anschauen und sehen, dass das wunderbar passt. Super. Jetzt sind wir alle grundlegenden Einstellungen von Astra durchgegangen. Jetzt gibt es hier keine mehr. Wir haben jetzt noch hier Menüs, Widget, Startseiten, Einstellungen und zusätzliches CSS. Das werden wir aber nicht benötigen. Das findet ihr nämlich auch im Hintergrund. Was wir jetzt machen müssen, ist eben veröffentlichen, damit wir auch diese Einstellungen nicht verlieren und damit wir jetzt starten können, die Webseite eben aufzubauen. Wie funktioniert das jetzt in weiterer Folge? Wir werden jetzt eben die Einzelseiten mal installieren, die wir erstellen wollen und ich zeige euch das dann, wie das funktioniert. Wenn ihr zusätzliches CSS irgendwo einfügen wollt oder euch das jemand sagt, dann könnt ihr das eben hier tun. Deswegen nur, dass ihr es wisst. Und diese drei Einstellungen finden wir eben auch im Backend. Wenn wir jetzt schauen, Startseiteneinstellungen, Widgets und Menüs und wir jetzt hier den Customizer schließen, finden wir hier auch wieder unter Designs und Menü die Einstellungen beziehungsweise wir hatten jetzt auch noch Widgets, die finden wir hier auch. und deswegen ist das jetzt eben kein Problem. Genau, jetzt gehen wir mal über, damit wir die Seiten erstellen, die wir benötigen. So, wir werden jetzt mal die üblichen Seiten erstellen, die wir benötigen. Zuallererst würde ich euch mal empfehlen, einfach alle Seiten, die wir jetzt hier haben, in den Papierkorb zu werfen und auch dann einfach hier rechts in den Papierkorb zu gehen und dann kann man hier den Papierkorb leeren beziehungsweise die auch nochmal endgültig oder einzeln löschen. Das würde ich auch euch empfehlen, dass man das bei Beiträgen macht, grundsätzlich, damit man das nicht vergisst hier. Können wir aber später auch noch machen. So, nun erstellen wir jetzt mal unsere erste Seite, nämlich die Home-Seite. Da könnt ihr einfach den Titel eingeben. Ja, wir befinden uns hier jetzt im sogenannten Gutenberg-Editor. Sollte das vielleicht bei einigen anders ausschauen, kann es sein, dass ihr noch den Classic-Editor installiert habt oder eben den alten Editor. Das kommt immer sehr darauf an, was ihr eben derzeit installiert habt. Aber grundsätzlich, wenn ihr dem Tutorial gefolgt seid, sollte das eben so bei euch ausschauen. Wir haben jetzt eben hier rechts die Einstellungen für die einzelne Seite. Das heißt, wir können hier einmal einerseits die Einstellung treffen, dass wir das Ganze veröffentlichen beziehungsweise uns eine Vorschau anschauen. Ja, da wird dann eine Vorschau erstellt, der Seite, sollten wir eben Inhalte drinnen haben. Und können eben auch die Sichtbarkeit auswählen. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, nämlich das Ganze öffentlich, privat oder passwortgeschützt machen. Ihr könnt auch eine Unterseite passwortgeschützt machen. Ihr könnt es auch sofort veröffentlichen oder eben zum späteren Zeitpunkt, was ganz interessant ist, dann für Beiträge. Ja, die funktionieren genau gleich. Hier unten sehen wir den Permalink. Ja, der Permalink ist, wie gesagt, das, was ich euch vorher erklärt habe, slash home. Der wird dann hier entfallen, sobald wir das als Home-Seite oder Startseite definiert haben. Aber da könnte man ihn auch noch mal nachträglich ändern, sollte man eben eine andere Seite haben. Dann haben wir noch zusätzlich ein Beitragsbild, was jetzt in dem Fall unnötig ist, sage ich jetzt einmal, aber grundsätzlich nicht auszuschließen, dass wir das in einem späterem Zeitpunkt wieder brauchen. Und Diskussion, Kommentare könnte man hier erlauben oder ausschalten. In dem Fall, weil es die Startseite ist, möchte ich dort keine Kommentare haben. Und Seitenattribute sind eben einfach nur die Möglichkeit, dass man hier verschiedene Templates auswählt. Das hat einfach nur folgenden Grund, dass man zum Beispiel mit dem Standard-Template, das vom Theme kommt, schaut halt die Seite aus, wie sie aussieht, in dem Fall jetzt zum Beispiel so. Und wenn ich jetzt auswählen würde, wenn Elementor installiert ist, Elementor Canvas, das ist sozusagen eine leere Fläche, könnte ich jetzt hier auf Vorschau gehen und es wäre komplett weiß. Das heißt, ich würde dann hier in dem Fall den Header-Bereich und den Footer-Bereich ausschalten. Wenn ihr zum Beispiel Landingpages bauen wollt, ist aber ein anderes Thema. Nur, dass ihr wisst, wie das funktioniert. Und hier unten finden wir noch Astra-Einstellungen. Das heißt, hier könnten wir den Primären-Header deaktivieren, Titel deaktivieren. Das könnt ihr dann eben pro Unterseite einzeln nochmal ansteuern, wenn ihr eben zum Beispiel irgendwo etwas noch ändern wollt. Deswegen finde ich dieses Theme so genial. So, wir veröffentlichen jetzt das Ganze. Damit ist jetzt Home Live. Jetzt klicken wir das weg und bearbeiten das Ganze mit Elementor. So, grundsätzlich möchte ich euch kurz zeigen, wenn ihr hier links auf Plus geht, könnt ihr die Inhaltsblöcke reingeben. Das ist aber der Gutenberg-Editor. In dem Tutorial gehen wir eben nicht auf den ein, sondern machen alles mit Elementor. Würde ich euch auch empfehlen. Deswegen sage ich jetzt hier mit Elementor bearbeiten. Beziehungsweise schauen wir uns jetzt nochmal die Unterseite an. Hier ist jetzt zum Beispiel Home der Titel. Ich möchte ihn aber gar nicht haben. Deswegen gehen wir hier nochmal in die Astra-Einstellungen und sagen Titel deaktivieren. Ja, jetzt gehen wir nochmal auf Vorschau und jetzt der Titel weg, weil wir brauchen eine leere Seite. So, nun kommen wir jetzt einmal mit Elementor bearbeiten. Ein spannendes Thema, denn jetzt können wir, kann ich euch mal zeigen, wie Elementor funktioniert. Dazu ziehe ich mich dann mal kurz nach rechts. Elementor ist wie gesagt eine Möglichkeit, hier jetzt per Drag & Drop sozusagen deine Webseite 1 zu 1 zu erstellen. Ihr könnt das nehmen und darüber ziehen und es würde schon etwas passieren. Ja, und so können wir jetzt anfangen langsam das zu bauen oder wir können uns eben das Ganze einfacher machen und auch hier rechts sogenannte Webseitenvorlagen nutzen. Ja, da kann man nicht alle nutzen, weil es gibt auch wie gesagt eine Pro-Funktion von Elementor. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel die grundlegenden Möglichkeiten etwas einzufügen. Wenn man Pro nutzt, würde dann eben auch noch mal mehr kommen. Ja, da gibt es dann noch ein paar einfache Dinge, aber für das heutige Tutorial eine schöne Webseite zu machen, reicht das auch schon völlig aus. Wie könnten wir jetzt zum Beispiel schnell eine Home-Seite machen? Wenn wir jetzt hier auf die Bibliothek noch mal klicken, sieht man eben hier viele Vorlagen, die man nutzen kann. Worauf man nur achten muss, ist, dass wenn hier oben rechts in der Ecke Pro steht, dass man das derzeit nicht nutzen kann, wenn man die Pro-Version nicht hat. Aber man kann eben viele sie auch nutzen, was eben nicht Pro ist, sage ich jetzt einmal. Ebenfalls könnt ihr da oben auch eingeben, wenn ihr eine Seite macht, zum Beispiel wie Home, könnt ihr da einfach Home eingeben und dann wird auch eine Homepage hier rausgeworfen. Ja, wir suchen uns dann zum Beispiel hier was aus und schauen jetzt hier mal uns das an. wenn ihr da links eben drauf klickt auf dieses Plus beziehungsweise auf diese Lupe, dann seht ihr im Grunde genommen, wie das Ganze aussieht. Ja, schaut schon sehr schön aus. Wir werden das jetzt mal als Vorlage nehmen und gehen jetzt hier links unten auf Einfügen und ihr müsstet jetzt eben ein kostenloses Konto erstellen. Bei Elementor, ich habe schon ein Konto und dann könnt ihr das einfach verbinden und dann dürft ihr das da auch einfügen. Und tada, wie ihr seht, wir haben schon die erste Seite jetzt hier im Endeffekt fertig beziehungsweise schon vordefiniert. Wichtig zu verstehen ist jetzt, es wurde zwar importiert, aber man kann eben nicht jetzt die ganzen einzelnen Punkte hier direkt zu übernehmen, weil eben die Schrift nicht passt noch. Ja, die Schrift muss angepasst werden, zum Beispiel hier, das ist eine andere Schrift, als wir sie definiert haben, weil wir eben mit Elementor jetzt einiges importiert haben. Ja, man muss eben jetzt beachten, dass hier andere Schriften importiert werden. Um das jetzt mal kurz zu verstehen, auch wie Elementor funktioniert, damit ihr euch damit auch mit der Zeit dann wohl fühlt und dass wir die weiteren Unterseiten aufbauen können, ist folgendes, ihr habt hier eben einzelne Elemente, im Grunde genommen funktioniert so, ihr habt hier einen Abschnitt, diesen Abschnitt, der wird gefüllt mit Bildern beziehungsweise Elementen und dann wieder Spalten, ja, hier in dem Fall jetzt zwei Spalten mit mehreren Inhaltselementen. Wenn ihr hier draufklickt, könnt ihr einen Rechtsklick machen und dann auch hier das Ganze bearbeiten oder klickt einfach rein, dann öffnet sich im linken Feld wiederum die Einstellungsmöglichkeiten dieses einzelnen Element. So, und die Elemente haben dann wiederum hier oben drei Reiter. Diese drei Reiter sind folgendermaßen aufgebaut, ihr habt da mal den spezifischen Inhalt des Elements, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf das Video gehe, mit Rechtsklick und Bearbeiten, finde ich die Video Elemente und dann habt ihr immer allgemeine Möglichkeiten, nämlich den Stil, das Ganze anzupassen, wie das aussieht, ja, zum Beispiel da drüben, wenn ich auf Stil gehe, bei der Überschrift ist es zum Beispiel die Textfarbe und die Typografie und wenn ich auf Erweitert gehe, sind hier noch Möglichkeiten, dass ich Abstände einstelle etc. Diese Abstände, das könnt ihr auch einfach probieren, das seht ihr dann eh, zum Beispiel die Marching-Einstellungen sind die äußeren Umrandungen von dem Ganzen wichtig dabei zu beachten, ist aber auch, dass ihr noch Spalten-Einstellungen habt, wo ihr auch noch mal Einstellungen vortreffen könnt, wo zum Beispiel jetzt hier links 80 ist, das nehme ich jetzt einfach mal weg und dann seht ihr, wird das auf einmal schön hingeschoben und zusätzlich kann man eben dann auch da unten noch ein paar andere Bewegungseffekte zum Beispiel, dass jetzt das mit einem Effekt reinkommt einstellen. So, was wir jetzt machen müssen ist, ihr habt natürlich eure Texte und eure Bilder zur Hand, diese Bilder wurden auch importiert, die müssen wir dann nachher vielleicht auch wieder löschen oder ihr könnt sie auch ersetzen mit euren eben und wir können jetzt zum Beispiel hier mal das Element hier auf Rechtsklick löschen, weil das möchte ich jetzt nicht haben, sondern ich möchte da jetzt zum Beispiel ein Bild haben, dafür nehme ich einfach links ein Element, wenn ihr die Elemente nicht seht, könnt ihr hier oben draufklicken, sollte in einem einzelnen Element sein, klickt einfach hier oben drauf und dann seht ihr die ganzen Elemente. Ich nehme jetzt zum Beispiel ein einfaches Bild, wähle jetzt hier links das Bild aus, haben wir auch ein paar Bilder vorbereitet, nehme jetzt zum Beispiel hier ein Bild von mir, wo ich am Schreibtisch sitze und sobald das hochgeladen ist, füge ich das auch hier unten ein. Jetzt muss ich nur noch das Ganze hier in Originalgröße auswählen, schiebe das noch in die Mitte zum Beispiel, ihr könnt das Ganze auch verlinken mit einer URL, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte das jetzt auf die Home-Seite verlinken, dann könnt ihr hier einfach den Namen eintippen von eurer Unterseite und hinterlege das dann. Dann vom Stil her sage ich auch, die Breite soll eben so groß sein wie möglich, das Bild ist jetzt in dem Fall nicht größer, deswegen schaut das jetzt so in Anführungszeichen klein aus, aber ihr könnt dann die Einstellungen treffen. Wenn ihr den Hintergrund jetzt von so einer Sektion hier treffen wollt, könnt ihr hier oben rechtsklick und auf den Abschnitt bearbeiten gehen und dann in den Stil reingehen und dort ist im Normalfall das Bild hinterlegt. Das heißt, das könnten wir jetzt zum Beispiel löschen und einfach sagen, ich möchte jetzt hier eine ganz normale Hintergrundfarbe haben. Hier könnt ihr einen Verlauf reingeben, ein Video, eine Slideshow, auch wenn ihr eben drüber gebt und Rahmen, Trennlinien gibt es, da muss man sich auch ein bisschen spielen, weil es eben so mächtig ist. Ich möchte euch aber die Grundzüge zeigen, so dass ihr versteht, wie ihr jederzeit alles aufbauen könnt. Genau, jetzt habe ich euch ja schon vorab gesagt, dass diese Schriften nicht diejenigen sind, die wir benutzen. Wie gesagt, ihr könnt dann nochmal in jedem Element, das ist das Schöne daran, könnt ihr nochmal eben im Stil, hier oben könnt ihr nochmal Schriften auswählen, welche das sein soll. Wenn ihr die von Astra nutzen wollt, geht ihr hier einfach auf das Zurücksetzen und dann werden die Schriften benutzt, die wir auch definiert haben. Das heißt, wir setzen das Ganze jetzt mal hier immer im Stil zurück und dann sehen wir auch schon, sind diese Farben richtig hinterlegt. In dem Fall passt die Überschrift schon gut. Die wählen wir da jetzt aus, zum Beispiel mit, wie man eine Webseite baut. So, genau. Solltet ihr jetzt auch etwas duplizieren wollen, könnt ihr immer auf das Element gehen, rechts klicken und duplizieren. So kann man relativ schnell, wenn ihr etwas wollt, nochmal duplizieren oder ihr wollt zum Beispiel, dass das Ganze auch hier die Spalte dupliziert wird, wenn ihr mehrere Spalten haben wollt. Und wenn ihr in der Spalte eine Spalte haben wollt, geht ihr einfach auf wieder die Übersicht, nehmt einen inneren Abschnitt und dort könnt ihr nochmal zwei oder drei machen. So heißt, so könnt ihr das dann schön aufteilen und euch zusammenfügen. Wichtig auch, da jetzt nochmal als Grundfunktion, ihr könnt hier links unten in den Einstellungen auch nochmal in die Tablet-Version gehen und schauen, wie das Ganze aussieht und dann auch noch in die mobile Version gehen und schauen, wie das aussieht. Hier zum Beispiel passt das jetzt alles ganz gut und ihr könnt in Desktop gehen. Was das Schöne jetzt aber an Elementor ist, wir löschen jetzt mal kurz die Spalte noch, weil die irritiert mich ein bisschen, ist, dass ihr auch in der mobilen Einstellungen zum Beispiel jetzt nochmal zusätzliche Einstellungen treffen könnt. Das heißt, ich möchte zum Beispiel diese Überschrift aber nur mobil größer haben. Wenn ich jetzt hier auf den Stil draufklicke und die Typografie hier auswähle und dann einfach hier oben nicht die vorausgewählte, sondern die Vorgabe wähle, sehe ich auch hier die Größe auf der mobilen Ansicht. Das heißt, ihr könnt das auch immer anwählen zwischen Tablet etc. Wie groß ist es wo? Und hier sage ich jetzt zum Beispiel, ich möchte hier viel größer haben. Jetzt ist die aber nur in der mobilen Version größer und ich gehe jetzt auf Tablet, dort ist sie wieder gleich groß und ich gehe auf Desktop. Dort ist jetzt die Spur größer, aber da könnte ich es jetzt auch nochmal anpassen und würde es nochmal ein bisschen kleiner gehen und sehe jetzt zum Beispiel, dass das überall eine andere Größe hat, beziehungsweise ganz mobil dann ganz groß. Das heißt, so könnt ihr wirklich individualisiert für sowohl den generellen Webseitenbereich und auch für den mobilen Bereich das Ganze dann eben auch schön zurechtlegen. Jetzt wundert ihr euch vielleicht hier, dass das alles irgendwie ist nicht ganz zentriert mit Logo und so weiter. Das liegt eben daran, wenn man etwas importiert, dass das schließt jetzt hier zum Beispiel nicht ab, dass man eben schauen muss, welche Einstellungen diese ganzen Spalten etc. haben. Ja, hier zum Beispiel ist es nichts, aber ich kann es noch in den Abschnitt reingehen und sagen, hier steht zum Beispiel das Padding ist 200. Wenn ich das jetzt wegnehme oben und unten, ist das Padding hier zum Beispiel weg. Ja, jetzt haben wir noch das Problem, dass hier noch irgendwie was nicht ganz stimmt, aber grundsätzlich ist das jetzt schon mal die Idee dahinter. Das heißt, was wir jetzt nochmal sagen, das Padding grundsätzlich war jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, das Padding ist dieser Abstand hier oben. Das fügen wir jetzt unten auch nochmal hinzu. Jetzt schauen wir nochmal in diese Einstellungen hier rein. Können da auch nochmal mit gutem Gewissen einfach über 0 eintragen. Und das hat sich jetzt einfach wahrscheinlich so verschoben, weil es so ist, wie es ist. Margin gebe ich jetzt auch noch 0 ein. Und links haben wir 0. Genau. Jetzt passt es eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, der Inhalt ist jetzt die Spur weiter drinnen als das Logo. Das können wir uns dann vielleicht noch anschauen. Weiß ich jetzt aber gar nicht, warum das so liegt. Ihr könnt die auch die, vielleicht noch, dass wir den Abschnitt uns anschauen. Im Abschnitt liegt manchmal das drinnen. Ah, okay, daran liegt es. Wir haben jetzt hier 1200 vorausgewählt und da ist es jetzt bereits eine andere Zahl drinnen. Zum Beispiel von der Inhaltsbreite. Jetzt zum Beispiel wäre es eben abschließend mit oben. Das heißt, schaut nur, wenn ihr was importiert, dass ihr das auch eben gut euch anschaut. So, dass wir jetzt zum Beispiel eine Home-Seite, die könnt ihr jetzt eben so anpassen, im gleichen Stile, wie wir es jetzt schon gemacht haben. Ihr habt eben hier links viele Möglichkeiten, Dinge einzufügen. Die sind meist selbsterklärend. Zum Beispiel, wenn ihr eine Sternebewertung wollt, könnt ihr die einfach reinziehen, mittig machen und eben dann auch auswählen. Das Schöne ist auch, ihr habt auch Google Maps drinnen, ihr habt Icons drinnen. Wenn ihr ein schönes Icon drinnen haben wollt, könnt ihr auf eine Bibliothek zurückgreifen oder auch etwas hochladen. Die könnt ihr dann einfügen und dann könnt ihr wieder im Stil, wie gewohnt, die primäre Farbe auswählen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt hier weiß haben und auch die Größe und die Größe könnt ihr dann euch zurechtlegen. Das heißt, ihr seht, ihr habt relativ schnell eine anschauliche Webseite drinnen und ihr könnt aber auch jederzeit, wenn ihr das nicht mehr haben wollt, einfach das Ganze löschen, von null aufbauen oder auch einfach nochmal importieren. Wenn ihr jetzt nicht eine komplette Webseite importieren wollt, kann man hier aber auch nochmal Blöcke importieren. Die Blöcke sind zum Beispiel in verschiedener Form aufgeteilt. Wenn ihr zum Beispiel, das ist jetzt ein, die Blöcke könnt ihr hier oben auch kategorisieren. Das heißt, ein Call to Action, Kontakt, FAQ, Footer Header und so weiter und so fort. Da ist alles drinnen. Oder ihr schaut euch einfach durch, was ihr benötigt. Zum Beispiel, wir brauchen jetzt für die Startseite brauchen wir jetzt irgendwie ein Bild mit Headline. Dazu schaut zum Beispiel das ganz gut aus. Dann füge ich das hier hinzu. Und so könnt ihr das blockweise hinzufügen. Schön ist auch, dass ihr, wenn euch eben, wenn ihr etwas aufbaut für die Webseite, zum Beispiel nehmen wir an, ihr baut jetzt für den Kunden immer wieder die gleiche Webseite. Ja, und ihr habt jetzt immer zum Beispiel Überschrift, Text, dann machen wir da eine Doppelspalte und es soll immer zum Beispiel links ein Bild sein. Ich klicke das jetzt schnell durch, falls ihr mich folgen könnt, tut mir es leid. Ich möchte das jetzt eben nur schnell zeigen. Ihr habt jetzt immer dieses gleiche, diesen gleichen Block. Dann könnt ihr das Ganze auch als Template speichern. Ja, ich nenne das zum Beispiel jetzt mal Bild links plus Überschrift und Text rechts. So, damit ich das auch wiederfinden kann. Das könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Und dann, wenn ich das Ganze jetzt wieder einfügen wollen würde, könnte ich eben auf die Bibliothek zurückgreifen, da wo auch die Seiten, die Blöcke hier oben sind und könnte auf meine Templates zurückgreifen und das auch wieder einfügen, beziehungsweise eine Vorschau nehmen. Ja, und schon haben wir dieses vordefinierte Feld. Das ist das Schöne daran. Wir importieren jetzt nochmal einfach eine normale Homepage, so wie wir sie vorhatten, damit wir mal die Home-Seite fertig haben und um das Ganze zu speichern, gehe ich jetzt hier auf Speichern links unten und kann mir auch dann hier auch nochmal die Vorschau der Änderungen anschauen. Jetzt sehen wir auch schon, ist die Startseite auf jeden Fall mal schon sehr hübsch und kann man so lassen, beziehungsweise müssen wir natürlich oder müsst ihr jetzt noch eure Inhalte reingeben. Was ihr hier unten auch noch habt, ihr habt ihr allgemeine Einstellungen. Diese Einstellungen sind ähnlich wie die Seiteneinstellungen, die ihr hinten findet und ihr habt eben auch einen Navigator, das heißt ihr habt hier eben verschiedene Abschnitte, mit denen könnt ihr eben in die verschiedenen Abschnitte auch nochmal hüpfen, wenn ihr keine Übersicht habt und ihr habt noch einen Revisionsverlauf. Das heißt, ich könnte auch hier alles, was ich jetzt gemacht habe, nochmal dorthin zurück hüpfen und da würde mir das Ganze wieder rückgängig einstellen, bis dorthin, wo ich das gemacht habe. Das heißt, das ist das Schöne daran, jetzt setze ich hier noch ein Bild ein, so zack zack und speichere das Ganze ab. Das heißt, wir haben jetzt unsere Home-Seite fertig. Um das Ganze zu verlassen, gehe ich jetzt hier links oben drauf und gehe hier auf Elementor verlassen. Damit komme ich wieder in die einzelnen Einstellungen. Dann klickt wir auf unsere Seiten und erstellen jetzt mal alle Seiten, die wir benötigen. Ich erstelle die immer ganz gerne am Anfang leer, nämlich zum Beispiel brauchen wir jetzt, möchte ich mit euch noch eine über uns oder über mich Seite machen. Veröffentliche ich jetzt. Dann gehe ich nochmal auf erstellen und erstelle noch eine Kontaktseite. Das ist nämlich auch essentiell. Dann erstellen wir noch eine, die sind jetzt alle mal nur leer, damit wir auch ein Menü machen können, Kontaktseite. Was wollte ich dir noch im Speziellen zeigen? Genau, eine Blogseite, wo auch dann unsere Blogartikel drinnen sind. Und Impressum und Datenschutz. Weil das möchte ich euch zeigen, wie ihr das unten schön in den Futterbereich reinbekommt. So, jetzt haben wir das alles erstellt und veröffentlicht. Wir können jetzt hier nochmal links auf alle Seiten gehen und sehen jetzt hier alle unsere Seiten, die unsere Webseite beinhaltet. Das ist jetzt so im Grunde genommen eine einfache Webseite, die man eben erstellen kann. Um jetzt zu definieren, weil wir haben jetzt noch immer, wenn ich mir die Webseite hier anschaue, haben wir ja noch immer als Startseite eigentlich den Blog drinnen. Und hier oben sind jetzt alle Seiten reingekommen, wo man sich jetzt nicht auskennt. Das müssen wir jetzt eben noch definieren, was unser Menü ist, nämlich unser Hauptmenü und auch hier unten, was unser Futtermenü ist. Dazu gehen wir nochmal zurück in unser Dashboard, unter Design und Menüs. Hier erstellen wir jetzt unser neues Menü, nämlich das Hauptmenü, wo alle unsere Seiten reinkommen sollen, die im oberen Bereich drinnen sein sollen. Ich möchte nämlich im oberen Bereich Home, über mich, Kontakt und Blog drinnen haben, zum Menü hinzufügen. Jetzt speichere ich das Menü hier rechts ab. Jetzt glauben wahrscheinlich manche schon, dass das hier oben drinnen ist. Dem ist aber nicht so, denn wir müssen dem Theme oder dem Astra-Theme zuerst noch sagen, bitte machen wir das zu dem primären Menü. Wir haben nämlich zwei Menüs, die wir einstellen können, nämlich einerseits hier oben das Menü und hier unten das Menü, nämlich das Futtermenü. Deswegen müssen wir auch sagen, bitte dieses Menü nimm hier oben, weil das ist unser Hauptmenü. So, jetzt können wir aber ganz einfach auch noch unsere Einstellungen hier vornehmen, nämlich ich möchte nämlich zuerst Home, dann über mich, Blog und dann Kontakt haben und wenn ihr ein Untermenü machen wollt, schiebt ihr das ganz einfach nach rechts, dann ist das nämlich ein Unterpunkt und so könnt ihr auch weitergehende Menüpunkte machen, wenn ihr eine größere Webseite habt. Aktualisiert das jetzt nochmal. Jetzt haben wir die richtige Ordnung und hier unten kommt dann Kontakt. Genauso, so wie wir das wollten. Sehr schön. Jetzt geben wir das nochmal zurück. Jetzt gehe ich nämlich darauf ein, was ihr alles im Menü hinterlegen könnt. Ihr habt hier links eben verschiedene Menüpunkte. Sollten da euch welche fehlen, gehen wir jetzt hier oben rechts mal einfach ganz schnell auf Ansicht anpassen und schauen uns dort alles an, was wir benötigen. Grundsätzlich brauchen wir jetzt nicht viel. Das Einzige, was ich noch aktivieren würde jetzt gerne, ist Link Ziel, weil dann können wir auch sagen, dass wir hier eine Seite in einem neuen Tab öffnen sollen. Zeige ich euch gleich, für was das gut ist. Ansonsten sind das noch andere Attribute, die wir jetzt derzeit nicht brauchen. Das heißt, wir schließen wieder die Ansicht und schauen uns jetzt genau an, was wir machen können. Wir können Beiträge verlinken, das heißt, wir können direkt Beiträge in unser Menü legen. Wir können aber auch einen individuellen Link hinterlegen, zum Beispiel www.google.com. Das ist vielleicht interessant, wenn ihr eine zweite Webseite habt oder aufbauen wollt. Und das gehen wir dann ein zu Google. So, dem fügen wir im Menü hinzu. Und hier wäre es eben interessant, dass er auch nicht unsere Webseite verlässt, dass wir das Ganze in einem neuen Link oder in einem neuen Tab öffnen. Deswegen aktivieren wir das hier. Und ihr könnt auch noch Kategorien hinzufügen, wenn ihr eben in den Beiträgen Kategorien erstellt habt. Da haben wir jetzt nur Uncategorized. Könnten wir hier noch die einzelnen Blog-Kategorien zum Beispiel unter dem Blog legen. Wäre ein ganz interessanter Schachzug. Dann gehe ich wieder auf Menü speichern. Schauen wir uns nochmal die Webseite wieder neu an. Ich aktualisiere das Ganze einmal. Und wir sehen dann hier, wir haben jetzt den Uncategorized Menübeitrag. Wir haben den Kontakt. Wir haben Home, die jetzt eben schon schön ist. Über mich, Blog und so weiter. Wenn wir zu Google jetzt gehen, öffnet sich das eben in einem neuen Fenster, so wie wir das wollten. Das heißt, das funktioniert alles so, wie wir es auch eingestellt haben. Das war jetzt aber nur zu demonstrativen Zwecken. Deswegen löschen wir das jetzt alles wieder, weil wir eben uns auf die vier Seiten, die essentiellen einer Webseite konzentrieren wollen. Damit speichern wir wieder das Menü. So, was uns jetzt aber noch fehlt, ist eben ein Futtermenü. Wir sehen hier unten Menü ist eben Futtermenü. Können wir ein Futtermenü hinterlegen. Da hinterlege ich bei Amastra Theme eben immer das Impressum und Datenschuss. Deswegen gehen wir hier oben auf Erstelle ein neues Menü und gebe hier ein Futtermenü. Das könnt ihr übrigens benennen, wie ihr wollt. Die Benennung ist jetzt nicht relevant. Es geht nur darum, dass ihr das wieder findet. Menü erstellen. Dort gebe ich Impressum und Datenschutz ein. Dort könnt ihr zum Beispiel auch noch AGB reingeben und so weiter und sofort und wähle dann hier den Menüpunkt Futtermenü aus und gehe hier auf Menü speichern. Und tada, wir haben jetzt hier das Impressum und den Datenschutz. Hier an der Stelle, wie gesagt, einfach auf E-Recht24 oder Dr. Schwenke gehen. Die haben beide einen Datenschutz- bzw. Impressumsgenerator auch kostenlos. Den könnt ihr dafür zum Beispiel nutzen. So, jetzt haben wir unsere Menü festgelegt. Das ist jetzt schön. Jetzt können wir nämlich auch zum Beispiel nochmal dann in die Astra Optionen reingehen und hier auch noch einmal unsere Header Optionen aufrufen. Da öffnet er jetzt wieder einen Customizer, den wir schon kennen. Und im primären Header, haben wir ja gesagt, im primären Header liegt das primäre Menü. Und da gehen wir ins primäre Menü und können dort jetzt auch noch einmal das hier eben bearbeiten. Ihr könnt auch hier direkt draufklicken, dann öffnet er eben das Menü oder die Einstellung dazu. In dem Fall brauchen wir das jetzt nicht, sondern wir brauchen eben im Header das primäre Menü. Wir können jetzt zum Beispiel als letztes Element auch einen Button hinterlegen, was ganz interessant ist. Das schaut manchmal ganz cool aus. Und wir könnten hier zum Beispiel eingeben Kontakt. Da müssen wir jetzt aber einen Button-Link hinterlegen. Das heißt, dass wir das machen müssen, ist, wir kopieren unsere Webseite und geben dann ein Slash-Kontakt, weil das ist unsere Kontaktseite, die wir eben installiert haben. Wir können dann nämlich nachträglich einfach hier den Kontakt nochmal rausnehmen. Dafür ist das eben, ihr wollt ja kontaktiert werden im Normalfall, ist das drinnen. So, jetzt können wir auch nochmal die Menüführung da dann nochmal genauer definieren, nämlich auch unter Menüs und wir können auch das mobile Menü hier nochmal genauer uns anschauen, weil hier gibt es verschiedene Toggle-Buttons, nämlich Outline zum Beispiel. Das schaut dann so aus oder auch gefüllt. Das sieht dann so aus oder wir machen es einfach minimal, was mir am besten gefällt und das funktioniert dann auch. Dann gehen wir wieder auf die Ansicht, die klassische. So, genau. Und so funktioniert das. Genau, die Schriftgröße wird in dem Fall jetzt genommen eben vom Theme, das wir eingestellt haben. In der Pro-Version könnt ihr das dann nochmal speziell hier auch größer machen. Das könnt ihr jetzt in der kostenlosen Version nicht machen, ist aber auch nicht so schlimm. Wichtig ist jetzt, dass wir das Ganze wieder veröffentlichen und dann wieder hier links auf Aussteigen klicken. Und was ich jetzt noch machen würde, ich würde jetzt nochmal in den Menüs reingehen und hier links oben nochmal das Hauptmenü auswählen, auswählen klicken und dann den Kontakt wegnehmen, weil wir das jetzt als Button haben und auf Speichern gehen. So, jetzt ist aber wieder das Problem, dass wenn wir jetzt auf unserer Startseite geben, eben noch nicht die Home-Seite als Startseite kommt. Dafür machen wir jetzt folgendes. Wir gehen jetzt auf Einstellungen und auf Lesen und gehen hier auf eine statische Seite und die wählen wir aus, weil das sagt uns dann, da können wir grundsätzlich jede Seite nehmen, die muss auch nicht Home heißen, die könnte jetzt auch Impressum sein, aber in unserem Fall ist ja die Startseite Home und die Beitragsseite ist Block. Wenn ihr keine Blogseite habt, kein Problem, nehmt das hier raus. Dann lasst ihr einfach auswählen drinnen, dann passt das auch. Jetzt gehen wir auf Änderungen und Speichern, gehen jetzt nochmal auf Aktualisieren und tada, unsere Home-Seite ist die Home-Seite. Wir sehen, dass es hier aktiviert ist. Wenn wir jetzt auf Kontakt gehen, ist jetzt noch nichts drinnen. Wenn wir auf Blog gehen, ist jetzt die Blog-Ansicht da, wie üblich und wir können jetzt auf Über mich gehen und erstellen jetzt mal die Über-Mich-Seite. Dafür können wir oben gleich auf Seite bearbeiten gehen. In dem Fall sage ich jetzt wieder Titel deaktivieren. Aktualisiert das Ganze, weil wir den Titel hier nicht wollen und gehe dann auf Elementor bearbeiten und wir sind wieder im gleichen Prozedere wie vorher. Dann wähle ich hier meine Seiten-Templates aus und gebe hier ein About Us oder About und schaue mir hier an, ob es irgendwo ein About gibt, das mir gut gefällt. Beispiel hier ist so eine ganz nette Timeline, das könntet ihr zum Beispiel machen. Importieren wir die mal. Nehmen wir eine andere. Gibt es, wie gesagt, mehrere kostenlose. Ich nehme jetzt daher so eine Kleene, die ich mit reingebe und gebe das hier oben weg. Gebe dann hier natürlich mein Bild hinein und würde das jetzt natürlich dann hier auch nochmal ausfüllen und hier unten Referenzen. Völlig in Ordnung. So und damit hätten wir die Über-Uns-Seite. Ja, wie gesagt, wichtig zu sagen ist, es gibt Über-Uns-Seiten etc., aber ihr könnt grundsätzlich jede Seite nehmen. Das heißt, wenn ihr eine findet, die vom Aufbau her passend zu eurer About-Seite ist, zum Beispiel, das ist jetzt eine Homepage Fitness. Wenn die aber gut passend wäre, jetzt vom Aufbau her, für eure, zum Beispiel, ja, für eure Über-Uns-Seite, dann nutzt ihr einfach. Ja, das ist ganz wichtig. Es heißt nicht nur, weil da Homepage draufsteht, dass ihr die als Homepage nutzen müsst. Und ansonsten könnt ihr es noch immer selber aufbauen und selber zusammenklicken. Genau. Da, wie gesagt, auch wieder die Einstellungen treffen wie vorher, Typografie zurücksetzen oder einstellen, wie ihr das möchtet. Und da habt ihr jetzt ja eh schon Übung nach der ersten Seite, wie das im Groben funktioniert, damit das eben nicht zu lange geht, weil ich euch noch eben einiges zeigen wollte zum Thema Blog und auch, wie das funktioniert. So, jetzt haben wir die Über-Uns-Seite. Klicken wir mal auf unsere Webseite und gehen jetzt mal auf den Blog. So, damit wir uns jetzt den Blog anschauen, weil wir jetzt ja über mich auch schon haben und Home, gehen wir jetzt hier nochmal links oben in den Customizer und gehen hier dann noch einmal auf Blog. Ja, das kommt nämlich von Astra und gehen aufs Blogarchiv. Dort könnt ihr jetzt auswählen, wie die Beitragsstruktur und die Metastruktur ist, ja. Beitragsstruktur heißt eben Beitragsbild und Titel und Blog-Meter. Das heißt, so viel wie, normalerweise würde da jetzt auch ein Bild sein, das können wir dann gleich ausprobieren. Und hier unten haben wir dann eben noch so Meta-Angaben, die können wir aber eben auch verschieben bzw. eben woanders hingeben. Zum Beispiel die Kommentare kommen nach dem Ganzen. Oder ich sage auch, ich schalte das Ganze aus. Ja, das heißt, ich kann das, wenn ich hier aufs Auge klicke, schalte ich einfach diese ganzen Kategorien aus und dann ist das schön oder gebe ich nur das Veröffentlichungsdatum rein. So, hier könnt ihr dann auch noch den Archivtitel, welcher Größe es haben soll, den Beitragstitel, welcher Größe es haben soll und auch, wie groß der Gesamtauszug sein soll. Ja, wenn ihr nämlich einen langen Artikel habt, dann müsst ihr natürlich nicht alles zeigen, sondern vielleicht nur einen Textauszug. Und die Inhaltsbreite könnt ihr eben auch definieren, wie groß soll das Ganze sein. Ihr könnt den Blog eben, wie gesagt, auch wieder auseinanderziehen, würde ich aber auf Standard lassen. Genau, ihr könntet dann eben den Titel und Blogmeter auch auslassen, was nicht wirklich viel Sinn macht. Und damit wir eben jetzt uns auch noch die Beiträge anschauen, schauen wir uns das jetzt eben gleich an. Wir veröffentlichen das Ganze einmal jetzt, gehen wieder links auf das X und auf unsere Webseite ins Dashboard, gehen in Beiträge und gehen jetzt auf Hello World. Was wir jetzt machen ist, wir nennen jetzt den Beitrag mal anders, nämlich zum Beispiel, was ist, also oder wie funktioniert eine Domain? So, nur den Titel, das reicht schon. Dann sagen wir hier, hier Titel deaktivieren und als Beitragsbild, gehen wir jetzt hierher, wenn wir sagen Bild festlegen, lege ich jetzt eben ein, wie eine Domain funktioniert. Dafür habe ich mir das Bild aus dem heutigen Video hier zurechtgelegt und lege das als Bild her. Wenn ich jetzt auf Aktualisieren gehe, habe ich jetzt eben einen Titel. Wir können jetzt nochmal auf die Webseite gehen, auf Blog und sehe jetzt hier, hier oben wurde das geändert. Das heißt, das ist jetzt das Bild. Wenn ich da draufklicke, komme ich aber nochmal auf den eigentlichen Beitrag. Ja, dem passen wir jetzt nämlich noch an. Den eigentlichen Beitrag könnt ihr dann eben mit Elementor wieder bauen. Das heißt, ich gehe jetzt hier zum Beispiel auf Elementor. Wichtig ist eben, dass ihr den Text hier unten könnt ihr ändern. Aber so Sachen wie eben der Titel und das da unten bleibt eben gleich. Aber ihr könnt da unten natürlich dann noch einen einzelnen Beitrag schreiben. Zum Beispiel, ich gebe jetzt hier einen Text rein. Nehmen wir dann hier einen Text mit, ich nehme jetzt mal 500 Wörter und gebe den rein, nur als Beispiel. Und ihr könnt dann hier auch den Blog-Beitrag wieder aufbauen, so wie ihr möchtet. Ganz normal im Elementor-Stil mit einem Button und überhaupt. Und wenn ihr das dann abgespeichert habt, geht die wieder auf Verlassen. Und wir schauen uns jetzt noch einmal unsere Webseite an, nämlich den Blog. Jetzt haben wir hier eben das Beitragbild, wie funktioniert ein Domain. Hier unten haben wir dann den Text, aber nur eben im kleinen Stil und dann den ganzen Text im großen Stil. So, wir haben jetzt hier unten auch Kommentare. Eben, wenn jetzt hier jemand einen Kommentar eingeben würde, würde der hier unten aufscheinen. Der würde aber dann bei euch hinten im Backend landen. Und das schauen wir uns eben gleich an, nämlich folgendermaßen, wenn wir jetzt noch einmal ins Backend gehen, das Dashboard und dann ins Kommentare anschauen, sehen wir hier die Kommentare. Ja, die könnten wir jetzt auch löschen, einfach im üblichen Stile, wie die anderen Sachen auch. Und gehen dann auf Papierkorb, Papierkorb leeren. Das ist wieder der Vorgang, den ihr kennt. Genau. So grundsätzlich könnt ihr jetzt zum Beispiel eben weitere Beiträge machen. Wenn ihr einen kompletten Beitrag duplizieren wollt, dafür empfehle ich euch jetzt das erste Plugin, das wir zusätzlich haben wollen. Nämlich, das Ganze nennt sich Duplicate Post. So, den installieren wir, weil dadurch können wir dann eben Beiträge etc. duplizieren, was natürlich ein Vorteil ist. Gerade wenn ihr eben große Webseiten habt oder viele Webseiten habt, dann ist das sehr angenehm. So, da oben klicken wir jetzt, klicken wir jetzt kurz auf die Bitte Einstellungen überprüfen drauf, sobald ihr es aktiviert habt. Und nehmen da auch wirklich, ihr könnt da ruhig alles auswählen, beziehungsweise schaut halt hier das Textauszug, Inhalt, Beitragsbild, Template, Beitragsformat und so weiter. Oder, dass das auch ausgewählt bleibt. Datum könnt ihr eigentlich auch machen. Und die Berechtigungen auch, dass ihr hier schaut, dass ihr eben Blöcke und meine Templates auswählt, weil dann habt ihr alles, was ihr hier drinnen habt, könnt ihr duplizieren. Und duplizieren würde ich nur dem Administrator oder dem Redakteur hinterlassen und Änderungen speichern. Jetzt können wir nämlich zum Beispiel auf Beiträge gehen, diese duplizieren. Jetzt haben wir hier den Entwurf, klicken wir da jetzt nochmal drauf und sagen jetzt, wie funktioniert der Domain 1, 2, 3, 4, damit wir das auch auseinanderkennen. Schauen, veröffentlichen das Ganze jetzt. Jetzt wird er nämlich auch dann, wenn wir uns den Beitrag ansehen, hat er auch nämlich einen anderen Permalink. Und wir haben das jetzt erfolgreich dupliziert. Wenn wir jetzt im Blog sind, sehen wir jetzt beide Artikel schon drinnen und so könnt ihr auch schneller arbeiten. Was wir jetzt noch anpassen müssen, ist einerseits das hier und andererseits, dass wir auch Kategorien haben. Dafür zugehen wir wieder ins Dashboard. Beiträge können wir jetzt ganz einfach machen. Wir gehen jetzt in Kategorien, können diese mal umbenennen, zum Beispiel diese Kategorie auf Allgemein, weil die bleibt immer bestehen. Allgemein. Und dann könnt ihr zum Beispiel noch hier links eine Kategorie erstellen mit Domain. Könnt ihr auch beschreiben und die Titelform hinzufügen. Sonst erstellen wir das einfach. Und ihr könnt dann noch zum Beispiel sagen Tutorials. Erstellen wir auch die Kategorie. Dann gehen wir zurück in unsere Beiträge und können jetzt hier, wenn wir auf Quick Edit gehen oder auch direkt im Beitrag, können wir das Ganze jetzt dann auch in eine Kategorie hineingeben. Das eine geben wir jetzt in die Domain rein und Allgemein. Das andere geben wir in Allgemein und Tutorials rein. Und jetzt haben wir auch Kategorien. Was wir jetzt anpassen, ist noch eine wichtige Sache, nämlich im Blog die Seitenleiste. Das schaut jetzt nicht schön aus, deswegen werden wir uns da jetzt was überlegen, was wir da rein machen beziehungsweise auch unten in den Footer-Bereich, was wir da reinlegen wollen, solltet ihr das bei eurer Webseite da haben wollen. Dazu gehen wir wieder ins Dashboard unter Design und Widgets. Löschen jetzt mal hier alles raus. Ihr seht es eh, ich habe jetzt zum Vergleich noch den Blog offen. Sehen wir jetzt hier diese einzelnen Unterkategorien. Suche, neueste Beiträge, neueste Kommentare. Wenn wir jetzt ins Backend gehen, sehen wir auch hier Suche, neueste Beiträge, Kommentare und so weiter. Ich kicke das im Normalfall immer raus, alles, das interessiert mich alles nicht, weil ich möchte, dass mir alles zurecht liegen. Einzige ist die Suche. Da kann man noch reinschreiben, nach was suchst du zum Beispiel, wenn man sich nichts verschreibt. Genau, und dann könnte man jetzt zum Beispiel, weil wir Kategorien erstellt haben, eben auch noch Beitragskategorien, hinzunehmen. Dazu wähle ich das hier aus und entweder zieht es einfach rüber oder ihr klickt drauf und wählt hier den passenden Bereich aus. In dem Fall zum Beispiel jetzt Hauptleiste. So, Kategorien, Blockkategorien nennen wir das und entweder kann man das als Dropdown anzeigen, ihr könnt noch die Beitragszahlen anzeigen und die Hierarchie. Dann speichere ich das mal und das hier oben speichere ich auch. So, jetzt aktualisiere ich das Ganze und jetzt sehe ich schon, ah, jetzt haben wir das auch schon angepasst. Wunderbar. Was wir jetzt nochmal anpassen können, ist hier unten im Widget-Bereich. Ihr habt, wie gesagt, diese Widgets hier rechts zur Verfügung und ihr findet dann auch eben hier diesen Teilbereich, Footer-Widget-Bereich 1. Der ist auch so jetzt hier benannt, wenn wir uns das anschauen, Footer-Widget-Bereich 1 und könnt diesen noch ausfüllen. Die anderen zwei wären noch andere Möglichkeiten, die können wir jetzt derzeit liegen lassen. Es gäbe nämlich noch in der Fußzeile einen Widget-Bereich und es gibt im Header noch einen Widget-Bereich, den wir aber nicht aktiviert haben. Deswegen schauen wir uns jetzt im Besonderen diesen Bereich hier unten an. Hier könnt ihr grundsätzlich, das ist alles selbsterklärend, zum Beispiel noch kurz was über euch reinschreiben, über mich. Ich bin Nikolaus, baue gerne Webseiten. So. Dann könnten wir in den zweiten Bereich könnten wir reingeben, ein Bild noch von mir. Schreibe ich darüber, ich bei der Arbeit. So, im dritten Bereich möchte ich noch ein Navigationsmenü, dort möchte ich nochmal, dass die Leute einfach schnell navigieren, dass die Leute hier nochmal schnell navigieren können. Dazu könnt ihr dann auch nochmal ein extra Menü erstellen, wenn ihr da unten ein anderes Menü habt, ich nutze jetzt einfach unser Hauptmenü, einfach aufgrund von zeitlichem Aspekt. Und zuletzt geben wir dann noch rein, vielleicht ein Video. Da könnt ihr ein Video hinzufügen, das müsst ihr jetzt hochladen, das würde ich generell nicht empfehlen, deswegen lasse ich das jetzt mal aus. Was könnten wir noch reingeben? Zum Beispiel unsere neuesten Beiträge. Neueste Beiträge. Und da wähle ich dann, wir haben hier nur zwei, veröffentlichen das Datum auswählen. So, jetzt speichere ich das noch ab. Ich glaube, ich habe hier wohl abgespeichert, oder? Genau. Und dann aktualisiere ich das Ganze und jetzt sehen wir hier unten schon, haben wir auch alles drinnen, was wir drinnen haben müssen, beziehungsweise wollen. Super. Das heißt, kurzer Zwischenstand. Wir haben die Home-Seite angepasst, beziehungsweise jetzt natürlich sehr dürftig, aber das dürfte man nicht böse nehmen. Das Grundprinzip versteht ihr ja. Dann haben wir den Futter-Bereich angelegt mit den Widgets. Ihr habt das Copyright angepasst, Impressum, Datenschutz schön hinterlegt. Wir haben die Über-Mich-Seite angepasst. Wir haben den Blog angepasst. Jetzt fehlt nur mehr noch das Letzte, nämlich der Kontakt. Und da gehen wir jetzt wieder auf Seite bearbeiten und wählen hier wieder aus Titel deaktivieren, aktualisieren. Könnt ihr aber auch in den Einstellungen, glaube ich, allgemein einstellen. Ich habe das vielleicht übersehen. Und dann wieder mit Elementor bearbeiten. Hier jetzt wieder nutze ich wieder die schnelle Route und gebe hier einfach ein Contact und suche mir hier jetzt einfach einen schönen Kontakt aus. vielleicht auch gleich mit einer Möglichkeit. Lustigerweise ist da zum Beispiel ein Kontaktformular drinnen. Normalerweise, ich sehe das jetzt eh, das Kontaktformular bleibt hier leider aus. Deswegen können wir uns diese Vorlage sparen. Ein Kontaktformular ist mit Elementor direkt möglich in der Pro-Version. In der kostenlosen Version müssen wir da jetzt kurz ein bisschen was anderes machen. Aber das ist ja kein Problem. Wir nutzen jetzt hier zum Beispiel, Was ist denn da eine schöne, einfache Seite? Ja, nehmen wir einfach das jetzt hier. Und können das natürlich wie gewohnt wieder alles ausfüllen natürlich. Ihr könnt nur, dass ihr das auch wisst, weil ich das gerade sehe, wenn ihr auf den Abschnitt bearbeiten geht, könnt ihr auch sagen, ob der Abschnitt gestreckt werden soll oder nicht. Das heißt, ihr könntet auch den ganzen Abschnitt strecken und volle Breite machen. Das seht ihr jetzt eh. Natürlich fügt sich das jetzt da nur so ein, aber ihr könntet jetzt hier eben zwei Spalten machen und das dann auch auseinanderziehen etc. Also ihr könnt euch da wirklich komplett frei spielen und auch eine Route reingeben und so weiter. Jetzt braucht man aber natürlich für ein Kontaktformular im Normalfall ja auch ein, per Möglichkeit ein Kontaktformular wirklich. Dieses müssen wir jetzt hier ein bisschen anders uns beschaffen. Nämlich in der kostenlosen Form, wenn wir auf Plugins gehen und installieren, so könnt ihr das nämlich installieren, gehen wir hier auf Kontakt, geben wir einfach ein, da kommt dann Kontaktform 7. Es gibt noch einige andere. Ich mache jetzt mal ein einfacheres. Ihr könnt auch da euch ein bisschen durchprobieren. Ich nutze seit Ewigkeiten Kontaktform 7. Damit haben wir jetzt hier einen neuen Menüpunkt, nämlich Kontaktformulare und dort ist auch schon ein vordefiniertes. Ja, wir werden jetzt mal gleich uns hier diesen Shortcode schnappen und kopieren. Wir werden jetzt auf unsere Webseite gehen, unter Kontakt. Wir werden das Ganze jetzt, können wir jetzt schon mit Elementor bearbeiten und werden uns jetzt eine Kontaktposition aussuchen. Ich nehme jetzt das hier jetzt als Kontakt und gebe jetzt hier ein Shortcode, beziehungsweise nehmen wir dieses Element, füge das hier jetzt unten ein und füge dann diesen Shortcode von hier, den wir uns kopiert haben, direkt ein. Zack. Und jetzt haben wir da auch schon den Shortcode. Wir werden jetzt nur kurz das Ganze nicht zu breit machen, sondern eben auf Boxed machen und dann auf 1200. Und jetzt sehen wir hier schon unser Kontaktformular. Jetzt gehe ich mal kurz auf Speichern, weil jetzt ist unser Shortcode schon mal hinterlegt. Gehe jetzt auch hier nochmal auf Elementor verlassen. Klicke jetzt wieder auf meine Webseite. Wir schauen uns den Kontakt jetzt nochmal genauer an. Wir haben jetzt ja hier das Kontaktformular. Dann klicken wir nochmal in die Kontaktformular Einstellungen, denn dort sind die Einstellungen. Wie Kontaktform 7 funktioniert, ihr seht das grobe jetzt schon. Wir haben hier jetzt vier Felder benannt und haben diese Felder hier jetzt auch. Das schaut jetzt sehr analytisch aus, ist aber nicht so schlimm, denn ihr habt verschiedene Elemente hier oben drinnen, die ihr abfragen könnt. Um so ein Element hinzuzufügen, können wir einfach das anklicken, dann auswählen, ist das ein Pflichtfeld, wie ist der Name des Textes, ich will zum Beispiel jetzt noch wissen, wie ist seine Webseite zum Beispiel, ich nenne das Webseite und der Standardwert ist, ja genau, das können wir eh so lassen und dann könnt ihr das auch schon so einfügen. So, jetzt ist das hier unten relativ hässlich eingefügt, zeige ich jetzt einmal auf gut Deutsch. Dazu werden wir das jetzt mal hier kopieren und in eine einzelne Zeile geben. Wenn ich das jetzt speichere, schaut das dann wahrscheinlich relativ bedürftig aus. Ja, da sieht niemand, was das da unten überhaupt sein soll. Deswegen kopieren wir uns einfach hier oben das, was schon da ist. Kopieren das, fügen wir das unten ein. Es kann auch einfach, das macht es einfach so, dass es ähnlich ausschaut wie da oben. Dieses Pflichtfeld finde ich zum Beispiel auch hässlich. Stattdem nehme ich jetzt ein Sternchen und formatiert das schön durch und dann gebe ich hier unten noch, statt senden, gebe ich Anfrage absenden und auf Speichern. Jetzt aktualisiere ich das Ganze hier nochmal und sehe dann hier deine Nachricht. Das war jetzt mein Fehler. Natürlich wollen wir hier deine Webseite haben. Das Ganze ist ja auch ein Pflichtfeld. Das Pflichtfeld wird hier gezeigt. Wenn da ein Sternchen ist, ist das eben von diesem Shortcode hier auch ein Pflichtfeld. Das kommt eben von dem Ganzen. Geh auf Speichern, Aktualisieren und jetzt haben wir hier auch nochmal das Pflichtfeld. So, jetzt haben wir aber noch hier E-Mail-Einstellungen. Das heißt, an was soll das gehen? Von wo kommt es? Da müsst ihr den Namen von, was ihr senden wollt. Im Endeffekt würde ich da zum Beispiel schreiben, Anfrage Webseite Tutorial XXL. Der betrefft eine Anfrage. Und, ähm, genau. Dann habt ihr hier unten den Nachrichtenkörper. Das ist auch ganz wichtig, weil ihr wollt ja auch diese Informationen, die hier eingetragen werden, sollen ja auch an euch geschickt werden. Wie macht man das? Ähm, ihr seht es hier eh. Es kommt von Your Name, Your E-Mail. Das sind die Elemente, die wir hier vorne im Formular drinnen haben. Ja, die werden gleichzeitig aber auch hier oben angezeigt. Also hier oben habt ihr diese ganzen Elemente. Wichtig ist eben, damit ihr auch alles bekommt, zum Beispiel, wir haben jetzt ein extra Feld gemacht, nämlich die Webseite, dass wir hier unten auch das nochmal einfügen, weil dann kriegen wir das auch gesendet. Ja, wenn wir das jetzt auf Speichern gehen, seht ihr auch, dass dann auf einmal dieses Feld auch ausgegraut ist. Ihr seht da relativ gut, wenn es ausgegraut ist, dass eben auch das verwendet wurde und da unten schon drinnen ist. Genau, ähm, ihr habt dann noch hier die Meldungen, was passiert eben, wenn man etwas zum Beispiel jetzt falsch eingibt und ich möchte es absenden, dann heißt es eben, bitte ein oder mehrere Felder sind Pflichtfelder, ähm, gebe eine gültige E-Mail ein und so weiter und so fort. Ja, und zusätzliche Einstellungen, da könntet ihr noch Code-Schnipsel einfügen, ist aber nicht so wichtig. Und, wir haben jetzt auch unser Kontaktformular beziehungsweise die vollwertige Seite. So, und das sind jetzt schon mal die gröbsten Elemente einer Webseite. Ähm, es hat sich sehr lange jetzt gezogen, natürlich, weil das wirklich ein sehr ausschweifendes Tutorial war und ich mich sogar bei den Inhalten schon sehr, sehr, sehr gering gehalten habe. Ich hoffe aber trotzdem, dass du einen großen, guten Einblick bekommen hast, wie du eine Webseite bauen kannst, ja. Ähm, es ist nämlich immer schwierig, das von Null an her zu zeigen in so einem langen Tutorial. Ähm, ich hoffe, dass es auch insgesamt nicht zu lange geworden ist. Ähm, davon bin ich mich auch kein Freund. Was ich jetzt noch, ähm, am Ende, wenn du die Webseite fertig hast, die eben mitgeben möchte, ähm, wenn sie dir jetzt eben so gefällt, dass du sie aufgebaut hast, einfach Step by Step, so wie ich sie aufgebaut habe, ähm, ähm, dann kannst du in den Einstellungen unter Lesen eben auch wieder die Suchmaschinen abhalten, ähm, rausnehmen, ja, das ja nicht vergessen und zusätzlich kannst du eben noch ein paar Plugins installieren, die ich dir mitgeben möchte. Wenn du auf Plugins gehst und installieren, würde ich dir jetzt nochmal, ähm, ein paar Dinge mitgeben wollen, die ich als relevant empfinde. Das ist einmal Yoast SEO. Das installieren wir. Dann zusätzlich installieren wir All-in-One-WP-Migration. Zeige ich dir nämlich auch gleich, wie du, wofür du das nutzen kannst. Dann gehen wir jetzt mal auf die Plugins und stellen das Ganze ein, denn, ähm, ich möchte euch einmal Yoast SEO vorstellen, ganz kurz, wenn ihr die Webseite fertig habt, das ist eben für eure Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, was dann passiert, wenn man das aktiviert, ist, wenn man auf die Seiten jetzt zum Beispiel geht und auf die Home-Seite, hat man hier unten noch zusätzlich Webseiteneinstellungen, ja. Ihr könnt hier ein Fokus-Keyword eingeben. Ich würde euch empfehlen, da ist ihr euch ein extra Video ein, äh, euch anzuschauen, zu den Einstellungen, was das betrifft. Aber ihr könnt eben hier unten dann auch noch einmal die Google-Vorschau sehen und hier euren Text eintippen. Zum Beispiel hier einfach, ähm, nicht die Seite und den Titel, sondern hier möchte ich nur den Webseitentitel haben und einen Sondertext. Das Bild hier wird zum Beispiel in den mobilen Resultaten genommen von dem ersten Bild, was er findet. Da könnte man jetzt eben ein Beitragbild hinterlegen und sage, ich möchte dann dort Nikolaus Kolber hinterlegen und dann würde er das da hier anzeigen. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir diesen Herrn hier, wenn ihr so ein kleines, rundes Bild habt und dann würde hier in der Vorschau das auch irgendwann passieren. Wir aktualisieren das Ganze. Das ist schön. Zusätzlich dazu würde ich dir noch empfehlen, eben in die SEO-Einstellungen hier links jetzt im Dashboard zu gehen und dir ein, zwei Tipps geben. Nehme ich Darstellung in der Suche und Archive. Würde ich dir empfehlen, das Autoarchiv abzudrehen. Ja, Änderungen speichern. Darum geht es einfach nur, dass eben der Autor hier, dass nicht irgendwann, wenn du eingibst, zum Beispiel WordPress Admin bei Google, kommen sehr viele WordPress Admins raus, beziehungsweise eben Admins, weil viele vergessen, das rauszunehmen. Deswegen deaktiviere ich das persönlich immer. Zusätzlich dazu kannst du in den allgemeinen Einstellungen natürlich einfach hier den Konfigurationsassistenten starten und einfach alles auswählen, wie es ist. Ja, das ist eigentlich selbsterklärend. Zusätzlich, wenn du das dann alles eingestellt hast und zufrieden mit deiner Webseite bist, würde ich dir auch immer empfehlen, ein Backup zu machen. Das ist noch so ein extra Tipp. Dazu nutzen wir All-in-One-WP-Migration. Du könntest auch Updraft Plus nehmen oder sonstiges. Ich nutze das immer. Wir klicken auf das Ganze drauf und sagen, exportieren nach Datei. Du musst nicht mehr auswählen und er macht dir ein Abbild von deiner Webseite, die du dann auch runterladen könntest. Jetzt haben wir schon eine wunderschöne Webseite eigentlich im Ganzen durchgeführt, und was auch noch mal ein zusätzlicher Aspekt ist, den ich dir jetzt noch als Tipp mitgebe, ist nämlich folgendes Plugin. Das sogenannte Smush-It-Plugin. Das optimiert dir die Bilder. Das ist einer der häufigsten Fehler, warum WordPress-Webseiten langsam sind. Das würde ich eben aktivieren und auch installieren und dann hier auf Smush klicken und dann kommen hier die also das Setup. Da einfach alles auf Next, Next und Enable Lazy Loading ausschalten. Das brauchen wir nicht. Finish Startup. Dann checkt er mir die Bilder und rein theoretisch könnte ich jetzt eben hier 19 Attachments schon smushen. Das heißt, der verkleinert mir die Bilder, dass das gut schnell bleibt. Ja, und damit haben wir eigentlich jetzt unser Webseiten-Tutorial fertig. Ich hoffe, ich habe dir Step-by-Step gezeigt, wie man so eine Webseite aufbaut. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich nicht jetzt jeden Inhalte mit dir Step-by-Step durchgegangen bin. Am einfachsten funktioniert es, wenn du mir in den Kommentaren einfach stehen lässt oder hinschreibst, was du denn noch genau wissen möchtest. Dann mache ich noch anderen Videos dazu. Aber so funktioniert es wirklich von Anfang bis zum Ende, wie man so eine Webseite aufbaut. Deswegen hat das jetzt auch so lange gedauert. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst, denn es kommen weitere solche Videos und auch eben Videos zu Agenturthemen. Ja, das kannst du dir auch mal gerne anschauen. Und wenn dich so das Thema Agentur und so weiter interessiert, schau auch bei einem Podcast vorbei. Ansonsten ist es jetzt schon spät geworden, weil ich habe begonnen, das Tutorial am Abend abzufilmen und bin jetzt mehrere Stunden da gesessen und habe mit euch die Webseite gebaut und bin happy darüber, dass wir jetzt zusammen hier eine Webseite stehen haben. Wie gesagt, ich habe über die letzten Jahre hunderte Webseiten gemacht, aber es ist jedes Mal eine Freude und ein gutes Gefühl, wenn man das abgeschlossen hat. Wenn es Fragen gibt, unten rein. Ansonsten wünsche ich dir jetzt nur mehr viel Spaß mit deiner neuen Webseite und wir sehen uns im nächsten Video.